Energie Cottbus im Angriff über die starke linke Seite, die starke linke Seite. Schön von Jan Koch. Jetzt langer Ball auf die rechte Seite. Geisler, der lässt klatschen jetzt. Da ist Rangelhoff, im Strafraum Dimitar Rangelhoff. Ja! Ja, Mann! Für Energie Cottbus! Ich hatte doch gedacht abseits Silko, aber das hast du halt zu neu. Was für ein Wunsch! Was für eine Granate! So, und damit herzlich willkommen zum mittlerweile alljährlichen NRGFM-Saison-Fazit-Podcast. Neben mir mal wieder der Frank oder gegenüber von mir heute. Hallo, hallo Frank! Hallo, lieber Nico und hallo, liebe Zuhörer. Hallo! Ja, es ist natürlich nicht nur ein Saison-Fazit-Podcast. Wir wollen auch in die nächste voranstehende Saison 2021 blicken. Die Ausstiegssaison, Nico. Genau, aber wir hatten uns ja mit Fußball-Entzug-Podcasts über Wasser gehalten oder Livestreams, besser gesagt. Weil wir ja immer noch die Hoffnung hatten, dass da vielleicht noch was passiert in sportlicher Hinsicht. Aber jetzt können wir es ja sagen, weiß ja auch schon jeder, es kam leider nicht so. Wir sind Dritter. Laut Abschussabelle. Wir sind Dritter. Klingt ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Sagt auch noch hinter Alt-Klinike. Aber naja, waren ja auch noch ein paar Spiele zu spielen. Wenn dir einer, ich muss mich da dazwischenqualken, wenn dir einer vor der Saison gesagt hätte, dass wir hinter Alt-Klinike stehen, ich glaube, da wäre doch eine Welt zusammengebrochen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also generell, die Saison war ja nur doch nicht ganz so vorhersehbar. Ich kann mich daran erinnern, wie wir noch gedacht haben, dass wahrscheinlich Nordhausen eine große Rolle spielen wird. Erfurt hatten wir auch auf dem Plan gehabt. Wir haben ja richtige Expertise bewiesen mit unserer... Das zeigt, dass wir Fußball-Sachverstand haben, Niklas. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Dritter im Endeffekt. Ja, Erster wurde ja dann im Endeffekt Lok, die ja laut Tabelle eigentlich Zweiter waren. Also zumindest wurden sie zum Meister gekürt durch die Quotientenregelung. Frank, du hast gerade schon gesagt, du hast die Relegation nicht gesehen und nur die Tore gesehen. Ich habe auch nur das Rückspiel gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe mir natürlich die Tore trotzdem angeguckt. Ja, aber im Endeffekt sagt man oder muss man sagen, Lok Leipzig nächstes Jahr auch wieder in der Regionalliga Nordost. Und ich sage jetzt mal einen Gegner mehr, den man besiegen muss. Ja, wobei, jetzt wird sie wieder unser Fußball-Sachverstand zeigen. Ich glaube nicht, dass Leipzig nochmal so eine Runde spielen wird, weil sie müssen jetzt ganz von vorne anfangen. Ich glaube, gestern habe ich bei Transfermarkt.de geguckt, die haben einen einzigen Spieler bis jetzt. Das ist Paul Schinke. Der Rest läuft alles die Verträge aus. Das heißt, die müssen mal richtig ihre Hausaufgaben jetzt machen, damit sie wieder einen halbwegs schlagkräftigen Kader wieder beisammen haben. Wo wir ja wieder das Glück in dem zweiten Jahr sind, dass ja unsere Rumpftruppe, da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, dass unsere Rumpftruppe ja mehr oder weniger steht. Ja, mehr oder weniger, obwohl wir ja heute Breaking News quasi bekommen haben. Und endgültig 14 Abschiede insgesamt waren es oder sind es dieses Jahr. Bekommen haben. Es soll auch gar nicht so viel um Lok Leipzig gehen in diesen Podcast abschließend. Vielleicht nur nochmal einfach, damit man es nochmal in den Raum wirft. Es ist schon trotzdem echt ärgerlich. Gerade der neue Trainer, der dann kam im Laufe der Saison bei Lok, nicht ein Spiel verloren. Auch in der Relegation nicht ein Spiel verloren. Und du steigst nicht auf. Ich finde die Auswärtstorregel übrigens in Geisterspielen das Dünnste, was es gibt. Nur wegen dieser Torregel ist färal aufgestiegen. Und das bei zwei Geisterspielen, wo ja nur maximal die Platzgröße unterschiedlich ist. Ja, ich mag die Auswärtstorregel schon sowieso nicht. Auch bei Publikumspielen, aber bei Geisterspielregeln. Gut, uns betrifft es nicht. Aber an Cottbusser Stelle, was würde ich mich jetzt über diese Auswärtstorregel aufregen. Ja, aber soviel dazu. Nächstes Jahr, habe ich heute auch nochmal gelesen, ist ja dann direkter Aufstieg. Genau. Für die Regionalliga Nordost. Deswegen gilt es da anzugreifen, Frank. Aber wir wollen noch ein bisschen Fazit beziehen. Und ja, wir haben uns vorgenommen, nochmal so ein Highlight der Saison quasi rauszufiltern, Frank. Ich würde dir den Vortritt überlassen. Es sei denn, du hast nur eins, weil ich habe mir zwei Highlights rausgepickt dieser nicht ganz vollendeten Saison. Aber es gab trotzdem zwei Momente, an die ich mich besonders gerne zurückerinnere. Also ich sage mal, Siege sind immer schön. Aber mein Highlight-Spiel, und das ist eigentlich, wenn ich die ganzen Spiele so durchschaue, wirklich der dritte Spieltag gewesen, das Highlight-Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt. 5 zu 3 gewonnen. Und das war ja ein offener Schlagabtausch. Da stand ja bis zum Schluss 3-3, bis dann Beazid, Abdu Caldir, Beazid, einen Doppelpack geschnürt hat. Und dann haben wir noch 5-3 gewonnen. Also das war Entertainment-Fußball pur. Oh ja, also auch jeder, der das Spiel gesehen hat, kam auf seine Kosten. Über Beazid kann man ja nachher noch reden. War das dein einziges Highlight jetzt? Oder hast du noch eins? Weil dann würde ich erstmal mit meinem kommen. Nein, also wie gesagt, das ist wirklich das Highlight, was raussteht. Natürlich sind Siege immer schön. Auch unentschieden sind schön, wenn ich an den Berliner AK denke, ohne das vorwegzunehmen, wo Taz in der letzten Aktion noch das 2-2 in den Winkel geschossen hat, wo alles nach einer Niederlage aussah. Aber wie gesagt, das 5 zu 3 ist mir eigentlich das Spiel, was in dieser Saison mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Bei mir war es oder ist es das Spiel gegen Hertha 2, das Rückspiel. Ja, okay. Im Stadion der Freundschaft lag vielleicht doch daran oder liegt vielleicht doch daran, dass ich es mit Ulf kommentiert habe. Und so ein 2-1, ich glaube, waren noch über 10.000 Leute im Stadion. Und Hertha eigentlich mit einer, vom Namen her, Zweitliga-Truppe, sage ich jetzt einfach mal, auch allein vom Marktwert her. Und dann diesen Rückstand noch zu drehen, das war schon ziemlich cool. Ich glaube, 3-1 ging es aus. 3-1 ging es aus, jawohl. Danach schön heiser gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht, das zu kommentieren. Kam auch nicht im Fernsehen. Wir hatten ja nicht nur über 10.000 Zuschauer. Da hatten wir auch, glaube ich, unseren Höhepunkt an Zuhörern. 1.800 oder 1.700 Zuhörer in der Spitze. Ja, dass ich da vielleicht ein bisschen lieber drauf zurückgucke, ist vielleicht verständlich. Mein anderes Highlight wäre noch gewesen, ist auch eine Niederlage, Frank. Oder ist eine Niederlage. Was heißt auch eine Niederlage? Das Spiel gegen Bayern München war ja auch diese Saison, DFB-Pokal. Ja, alleine, weil es ausverkauft war und weil man mal die großen Bayern da hatte. Aber ja, so viel schon mal vorweggenommen, das werden wir ja nächstes Jahr auf keinen Fall haben, DFB-Pokal. Nee, leider nicht, weil wir uns ein bisschen zu prassig in Luckenwalde angestellt haben. Beide Spiele, die du übrigens als Highlight tituliert hast, da war ich gar nicht da. Da habe ich euch eigentlich mehr oder weniger zugehört. Das beiden Spiel habe ich im Fernsehen gesehen. Das Hertha-Spiel war ich zu Hause. Da habe ich bei euch natürlich, wie gesagt, live im Fernsehen kam es nicht. Ich habe bei euch bloß im Radio jubeln gehört und schön die Ohren gespitzt, wenn du und Ulf das Spielgeschehen kommentiert hast. Aber ja, deswegen sage ich, waren bestimmt schöne Spiele, aber ich war leider nicht dabei gewesen bzw. nicht live dabei und live ist ja immer schön. So viel auch zum Thema Geisterspiele in der neuen Saison, braucht kein Mensch. Apropos, Frank, jetzt grätsche ich hier mal richtig spontan rein. Du hast doch mit dem Verantwortlichen vom NUFV telefoniert. Dem NUFV-Geschäftsführer Fox. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal einen Podcast, Frank. Was kam da raus? Dürfen wir kommentieren nächstes Jahr? Also ich hatte am Montag ein Gespräch mit dem NUFV-Geschäftsführer, mit dem Herrn Fox. Damit ging es, ob wir wieder auf Wendung gehen dürfen, ob wir die Lizenz kriegen. Und er hat gesagt, das ist alles kein Problem. Wir machen das wie jedes Jahr. Ich brauche ein wohlwollendes Schreiben von unserem Lieblingsverein. Das habe ich schon bekommen vom Herrn Scharfenberg-Gesch, dem Medienkoordinator vom FCE. Und der hat das auch, oder ich habe das dann weitergeleitet an den NUFV. Und ja, es sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir auch nächstes Jahr, wie euch wieder sämtliche Regionalligaspiele mit FCE-Beteiligung voll auf die Ohren packen dürfen. Wobei der Herr Fuchs gesagt hat, es wäre natürlich schön, wenn auch wieder Zuschauer rein durften. Das konnte er mir noch nicht sagen, ob Zuschauer mit rein dürfen oder nicht. Er meinte, das wäre natürlich das Salz in der Suppe. Und wir wissen ja alle, gerade in der vierten Liga ist ja Zuschauereinnahmen mit ein ganz großer Faktor, was Geld angeht. Ja, auf jeden Fall. Aber habe ich richtig verstanden? Wir dürfen vom NUFV aus kommentieren, auch wenn Zuschauer erstmal nicht erlaubt sind. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist es gar nicht in deren Hand und das muss jeder... Genau, das muss jeder gastgebende Verein selber erklären. Das heißt, wir schreiben, das ist so eigentlich wie auch letztes Jahr auch, die Heimspiele vom FCE. Da habe ich schon die Zusage von Herrn Scharfenberg-Gesch bekommen, dass wir da weiter die Heimspiele auf jeden Fall kommentieren dürfen. Und Ausbildspiele ist wie immer, dass wir die jeweiligen Vereine anschreiben. Und ich sage mal, bis jetzt gab es auch noch keine Absagen, dass eine Mal was schief gelaufen ist, letzte Saison gegen Fürstenwalde. Da, ja, ich denke mal, das hat ja einen anderen Hintergrund gehabt, weil ja der MDR die ganzen Presseplätze geblockt hat. Also ich denke mal, ich bin da vor Hoffnung. Und du weißt ja selber, selbst wenn keiner im Stadion ist, das Stadion ist groß und zur Not, holen wir Klappstuhl und Campingtisch raus und dann setzen wir uns in Höhe der Mittellinie hin und kommentieren das Spiel für euch. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, Frank. Übrigens, da geht es doch im Gespräch nachher mit Niklas Erbeck drum, zumindest in dem späteren Teil. Aber da kann ich nachher noch mal was dazu sagen. Ich weiß noch, wir hatten einen Talk mit unserem Präsidenten, den Herrn Out. Und da habe ich noch so ein bisschen gesagt, Frank, frag du mal lieber die Frage. Die Frage will ich nicht stellen. Nein, in Dänemark im Derby von Kopenhagen, FC Kopenhagen gegen Brönd BIF, haben sie es übrigens so gemacht, in einem Stadion, was 30.000 Kapazität hat, 3.000 reingelassen, aber halt mit Abstand. Vielleicht wird das ja auch eine Option. Ist ein bisschen urig, kann ich gerne in die Videobeschreibung packen, diesen Link. Jeder kann sich das mal angucken, sich da ein Bild von machen. Ist wirklich nur eine Notlösung, ist auch nicht ansatzweise so geil. Aber ja, vielleicht ist das doch ein Konzept, auf das wir uns einstellen müssen nächste Saison. Weil, naja klar, bei Sitzplätzen hast du auch noch am besten die Möglichkeit, Abstand zu bewahren. Auf jeden Fall. Ich meine auch, dass ich heute gelesen hätte, dass RB die zukünftigen Bundesligaspiele maximal 20.000 ins Zentralstadion dürfen. Also, das würde dann auch ungefähr ein Drittel sein, wenn man sieht, dass unser Stadion 20.000 passt. Einen Schnitt hatten wir bis jetzt diese Saison von 6.200, was Wahnsinn ist für die Regionalliga. Das ist, glaube ich, der dritthöchste Regionalligaschnitt aller vier Regionalligen. Und 6.000 ist sogar weniger als ein Drittel von 20.000. Also, ich bin guter Hoffnung, dass jeder, der möchte und auch will ins Stadion, weil es wird bestimmt wegen der Corona noch viele geben, die sagen, ich würde gerne ins Stadion gehen, aber Corona, da bleibe ich dann doch lieber zu Hause und gucke es mir im MDR, im RBB oder hört auch Energie FM. Genau, hört Energie FM. Wir machen ja keine Werbung für andere. Nein, Spaß natürlich. Ist das eine Option, Frank? Ich würde sagen, wir haben uns warm geredet und wir wollen wie letztes Jahr nach 10 Minuten Aufwärmphase mit den Spielern der letzten Saison nochmal ins Gericht gehen und nochmal einen Satz oder vielleicht auch zwei loswerden. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit unserer Liste, die wir hier haben. Angefangen mit den Torhütern. Ich würde sagen, Jan Glinker, schwierig, was dazu zu sagen. Heute kam raus oder auch, ich glaube gestern schon, dass er nicht bleibt. Hat ein Spiel gemacht. Ja, zudem ist es vielleicht schade, ein erfahrener Torhüter als Backup hätten sich vielleicht viele gewünscht. Da scheint man doch auf den verletzt gewesenen Tim Stavecki zu setzen. Fällt mir ansonsten tatsächlich nichts ein, was ich dazu sagen könnte, Frank. Geht es dir da anders? Überhaupt nicht. Der gute Mann ist ja auch schon ein paar Jährchen älter und wie es bei älteren Spielern ist, die kann man halt nicht mehr mit einem Abbrüchen-Ei abfrühstücken. Das heißt, es wird auch ein bisschen was gekostet haben. Kam ja auch von Nordhausen. Da wird er ja auch nicht gerade wenig verdient haben. Und ein Vollzeitprofi, der alles selber bestreiten muss, ist vielleicht nicht so wie Toni Stahl oder auch wie Tim Stavecki, die übertrieben gesehen noch zu Hause wohnen könnten und dadurch ein bisschen weniger kosten. Also ich, ja, ich sage mal, Jan Glinker, wie gesagt, ein Spiel hat er gemacht. Ich weiß nicht, ist er dir irgendwie positiv aufgefallen? Er hat seine Reservistenrolle angenommen. Ja, mehr kann ich aber auch nicht sagen. Und mehr war auch nicht. Ich glaube, wir beide haben ihn mal im Vorbereitungsspiel gesehen gegen eine Berliner Mannschaft. Ja, wo wir auf die Mütze bekommen haben. Wo wir auf die Mütze bekommen haben. In Zehendorf, Hertha Zehendorf. In Zehendorf, genau. Und wobei man auch sagen muss, dass er da nicht ganz, also er war nicht schuld, dass wir da drei Tore geschluckt haben. Da konnte man ein bisschen seine Klasse sehen und seine Routine, aber ist jetzt nicht so, dass ich traurig bin, dass er jetzt nicht mehr bei uns ist, sage ich ganz ehrlich. Genau, aber zum nächsten Torhüter Toni Stahl können wir, ja, können wir sagen, Freue ich mich. Hat dann ja auch seinen Stammplatz bekommen, als Lennart Moser weg war. Von daher ist er da sehr gut besetzt. Ich denke auch. Torhüter wird es nicht scheitern. Also für die Regionalliga bin ich ganz bei dir, reicht es bestimmt bei Toni Stahl auch. Klar, er weiß auch selber, er ist ja noch ziemlich jung, 21 Jahre. Auch er hat natürlich noch Ecken und Kanten, oder 20 ist er erst, er wird ja erst 21 dieses Jahr. Er weiß, woran er arbeiten muss und ich sage mal so, Lennart Moser ist ja in der Winterpause dann weggegangen. Und man braucht keine Angst haben, dass wir jetzt, sage ich mal, im Tor eine Schwachstelle haben. Im Gegenteil, er hat die richtig gut ausgeführt. Ich weiß nicht, ob wir noch was zu Lennart Moser sagen wollen. Ist ja in der Winterpause so wahr. Also in der Hinrunde fand ich ihn richtig gut, stark bei uns. War auch zu Recht die Nummer eins. Habt ihr nicht verstanden, warum Pelle Wolles gewechselt hat, aber er hat die Beine halt im Training gesehen. Und wie du ja schon sagtest, oder auch Toni ja auch sagt, es war eine Win-Win-Situation. Lennart hat sich in Brügge sehr gut präsentiert. Die werden wahrscheinlich sogar eine Kaufoption ziehen. Sein Marktwerk, habe ich dir ja erzählt, ist um 500.000 gestiegen. Er hat jetzt bei 625.000, also das ist schon Wahnsinn. Und so gesehen, ja, ist schön, dass Toni jetzt bei uns die Nummer eins ist. Und dass Lennart trotzdem seine Spielpraxis woanders bekommt und bei dir einen Weg machen. Musst du dir ganz ehrlich sagen, im Endeffekt fand ich auch beide Torhüter gleich gut. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum teilweise Toni Stahl gefordert wurde, als dann Marmoser vielleicht ein Spiel, zwei Gegentore bekommen hat. Oder so ist es auch ein bisschen lange her, muss man auch sagen. Aber sagst du ja auch gerne, darf man nicht vergessen, der hat auch gegen Bayern ein gefühlter Spiel seines Lebens gehabt. Man of the match war, ja. Und wurde man of the match. Deswegen finde ich die beide, wie gesagt, fand ich gleich gut. Gut, vom Marktwert her ist Moser jetzt ein Häschen weiter vorne. Aber ja, Frank, Tim Stavecki, Backup-Torhüter dieses Jahr, kommt nach einer Verletzung, haben wir gar nicht gesehen. Auch letztes Jahr, da brauchen wir eigentlich nichts zu sagen, oder? Ja, Tim, eigentlich sollte ja die letzte Saison die Saison für Tim Stavecki werden. Bei Arthur Sparge, das wissen wir ja selber, hat sich ja dann für Kaiserslautern entschieden. Und er war eigentlich, da hat noch keiner von Lennart Moser gesprochen und da hat noch keiner von Toni Stahl gesprochen. Er sollte ja wirklich der Torwart schlechthin Nummer eins werden. Hat dann dummerweise sich das Kreuzband in der Vorbereitung gerissen und muss sich deswegen auch wieder hinten anstellen. Und umso sehr freue ich mich, dass Herr Sebastian Abt und auch Herr Sebastian König weiter auf ihn bauen und sagen, du bist unsere 1B. Ja, genau, Frank, wir haben die Torhüter abgehakt. Verteidigung, wen haben wir denn hier in der Liste als erstes? Da haben wir Axel Borgmann. Axel Borgmann, ja, bleibt uns auch nächste Saison erhalten. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ein solider Außenverteidiger für die Regionalliga, oder? Ja, eine Bank, also solide klingt jetzt schon wieder ein bisschen schlecht. Also gebe ich dir recht, ist eine Bank auf der Außenverteidiger. Also wenn der einen Sahnetag erwischt, dann spielt er da alles im Grunde und Wohne und verteidigt auch gut weg. Klar hat er auch manchmal ein paar Aussetzer, das muss man zusagen, aber wenn er keine Aussetzer hätte, dann würde er auch nicht für die Liga spielen. Also in der Hinsicht schön, dass er bei uns länger bleibt. Genau, apropos länger bleiben, der nächste in der Liste bleibt uns auch erhalten und zwar der Florian Borgmann. Bin ich ganz ehrlich, habe ich gar nicht mal so oft spielen sehen. Das, was ich gesehen habe, fand ich gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da das entscheidende Fazit mir bilden könnte. Aber ich vertraue den Verantwortlichen schon, dass das schon richtig war, den zu halten. Frank, wie siehst du das? Na ja, zum einen muss man ja sagen, jetzt wo Mietko Rangelauf und auch Robert Müller ja weg sind, ist ja Florian Brückmann mit 29 der dienstälteste Spieler bis jetzt. Und man hat ihm natürlich gesehen, als er von Duisburg kam, dass er keine Spielpraxis hatte. Also das hat man wirklich gesehen, dass da einige Dinge waren. Ich denke bloß an, jetzt muss ich mal lügen, ich glaube gegen Auerbach. Ich glaube, er hat ja auch mitgespielt. Da hat er ein, zwei Dinge gucken lassen, wo ich sage, uiuiui, das sollte dir aber nicht so zu oft passieren. Aber wie gesagt, man merkt halt, dass die Spielpraxis gefehlt hat. Und was er kann, wissen wir ja aus seiner Zeit in Jena. Und ich denke mal, der Trainer wird ihn schon da hinkriegen. Also wie gesagt, bleibt auch, habe ich gar nicht gewusst. Ich dachte, der bleibt bloß bis Saisonende, aber er hat halt einen Zweijahres- oder anderthalbjahres-Vertrag. Und deswegen, ja, ich freue mich, wenn er wieder in die Potten kommt. Und es ist auf jeden Fall, freue ich mich sehr, dass er geblieben ist. Dann mach du doch mit dem nächsten gleich weiter. Ja, Ibra Heitetsch. Das tut mir eigentlich wahnsinnig leid. Der Junge ist ja gekommen von Würzburg und wollte hier spielen und spielen und nochmal spielen. Wir hatten ja Innenverteidigerprobleme. Und dann, ja, dann passen auf einmal die Blutwerte nicht. Es musste passieren, was passieren muss in Cottbus. Ja, ja, richtig. Die Blutwerte passten nicht. Dann gab es ja auch schon das Hickhack, warum hat man keinen Medizincheck gemacht. Dann sagte Piller Wolles, wir haben einen Medizincheck gemacht. Da war es aber nicht eindeutig zu sehen oder gar nicht zu sehen. Und ja, jetzt hat er... Ich glaube tatsächlich, die haben einen Medizincheck gemacht, wo... Also in der Regionalliga ist, glaube ich, dieser Blutcheck freiwillig. Ja. Und deswegen haben die den, glaube ich, erst separat oder danach gemacht, wo das erst auffiel. Ja, unfassbar unglücklich. Und ich glaube, was ich so auf Instagram verfolge, Fußballkarriere ist, glaube ich, auch nicht mehr bei ihm. Das, ja, also er hat ja dann auch, als es dann richtig fix war, dass er Nierenschaden hat, hat er ja auch in Cottbus den Spind ausgeräumt. Klar, er stand bei uns bis vorgestern unter Vertrag, also bis zum 30.06. stand er bei uns unter Vertrag. Aber er hat halt kein Spiel mehr gemacht und er war auch dann nicht mehr in Cottbus. Und ich glaube, er hat jetzt momentan andere Probleme, als sich ums Fußballspielen zu kümmern. Auf jeden Fall, deswegen, ja, schade drum. Wen haben wir jetzt nächstes Jahr? Marcel Hoppe. Frank. Marcel Hoppe blieb mir zwei Dinge in Erinnerung. Beide warst du auch dabei. Einmal das schöne Tor in Leipzig. Das war ein Neue, wo wir noch verloren haben. Wo wir noch 3-2 verloren haben. Das ist mir. Und in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, hatten wir zusammen eine Aue damals moderiert, wo der auch auf einmal Tempo aufgenommen hat. In Aue haben wir auf keinen. Nee, wir haben ein Testspiel gegen Aue zu Hause gehabt, in der Sommerpause. Das kann sein, aber weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da hat er einen richtigen Tor gezündet. Doch, na klar. Ist ja auch noch jung und wir haben uns schon gedacht, der wird sich mit Ben Meyer ein bisschen abwechseln auf seiner Seite. Aber... Gar nicht auch so eine große Rolle gespielt, ne? Nee, leider nicht, weil ja dann auch, wie gesagt, dann kam ja auf einmal auch Axel Borgmann. Es war ja erst Marcel Hoppe da und dann Axel Borgmann. Und Axel Borgmann hat ihm dann ein bisschen den Schneid abgekauft. Und auf der anderen Seite war dann Florian Brückmann da. Deswegen denke ich mal, Hoppe ist ja auch noch ein Spieler, der noch Vertrag hat. Ich denke mal, er wird ein guter Backup sein. Das heißt, wenn Florian Brückmann oder Axel Borgmann schwächeln, wird Marcel Hoppe auf jeden Fall da sein. Und der kann noch linkes Mittelfeld spielen. Also zur Not kann man ihn auch da reinschmeißen. Also der hat viel Potenzial. Man sieht, dass er bei RB Leipzig sehr gut ausgebildet wurde. Und ja, ich freue mich und ich hoffe, dass er auch dieses Jahr vielleicht seinen Durchbruch schafft. Genau. Nächster an unserer Liste hier. Adrian Jarosch. Ich glaube, auf den brauchen wir nicht eingehen. Ist jemand, der in den Profibereich dazugeholt wurde. Vielleicht ein Backup in der Verteidigerposition. Aber ich denke mal, mehr bis dazu. Er hat aber einen Profi-Vertrag für die neue Saison bekommen. Ja, ja. Wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr als, wie du schon sagst, ein Backup. Und Pele Wollitz hat ihn ja damals auch, würde ich jetzt ketzerischerweise sagen, nur in den Kader geholt, weil wir da auch zu wenig Leute waren. Sobald der Kader ja voll war, hat er ihn ja zurück zur U19 geschickt und hat dann auch, glaube ich, bei einer Pressekonferenz gesagt, so wie die U19 momentan spielt, da bietet sich keiner an für den Profi-Kader. Scheinbar hat der Adrian das gehört, hat er ein bisschen besser gespielt und jetzt hat er einen Profi-Vertrag. Ja, genau. Es passt ja auch zur Philosophie von Sebastian Abt, die jüngeren Spieler, auf die jüngeren Spieler zu bauen. Nächster Spieler, ja, einer der Dauerbrenner, wenn nicht sogar der Dauerbrenner, Jan Koch, ja, war die Bank hinten in der Innenverteidigung und umso besser, dass er bleibt. Ich denke mal, da wird es keine zwei Meinungen geben, Frank, oder? Gar nicht. Das war ja Mr. Immerda, Mr. Zuverlässig. Ich gebe eine kleine Anekdote, wenn man mal schaut, er hatte in einer Saison mindestens sechs verschiedene Innenverteidiger-Kollegen gehabt. Also der Einzige, die Konstante, war dann immer Jan Koch und mal hat Heitic neben ihm gespielt, mal Müller, mal hat Paul Germann hinter ihm gespielt. Dann war ja auch noch, Leon Schneider war glaube ich auch noch da, am Anfang der Saison, würde ich jetzt behaupten, war ja auf jeden Fall hat Leon Schneider noch die Testspiele mitgemacht. Ich glaube, die Liga-Spiele weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber die Testspiele, also Jan Koch hatte glaube ich sechs Innenverteidiger-Kollegen gehabt und er hat sie alle überlebt, er ist immer noch da und ja, ich denke mal, wenn er jetzt noch einen richtigen, richtigen Kollegen, Innenverteidiger-Kollegen mit Patrick Storp haben wir ja schon einen verpflichtet, ob der sich durchsetzen kann, ja, weiß ich nicht, vielleicht kommen wir noch auf mögliche Kandidaten. Ich sage nur John, Josi, Matovia, wahrscheinlich, aber ja, Jan Koch ist eine Bank und ich freue mich, dass er auch nicht, dass er da ist. Genau, über die Neuzugänge können wir ja danach noch kurz reden, wir arbeiten ja jetzt erstmal den alten Kader ab, das sei vielleicht nochmal dazu gesagt, denn jetzt haben wir in der Liste Ben Meier, ja, verlässt den Verein, hat auch nie so wirklich eine Rolle gespielt und hat mich auch tatsächlich nie überzeugt, hat sich nicht für mich angefühlt, als wenn man mit dem Spieler, wie beschreibe ich das jetzt am besten, dass es nicht gemein klingt, aber wir wollen ja ehrlich sein, ich glaube, der war für einen Aufstiegskandidaten, hat es nicht gereicht, eine Rolle zu spielen. Er kam ja aus Fürstenwalde, er kam ja als 20-Jähriger, beziehungsweise als, ja doch klar, als 20-Jähriger und wollte seine Chance nutzen und Pele Wolls sagte ja, das ist ja hier bei Energie Cottbus, ist halt nicht, auch nicht böse gemeint, das ist halt nicht Fürstenwalde, sondern hier sind Profibedingungen, hier muss er sich durchbeißen und durchsetzen. Er hat es versucht, es hat leider nicht gereicht und es war auch oft manchmal zu sehen, wenn er die Linke, er hat ja am Anfang der Saison hat er die linke Verteidigungsposition gespielt, wie er da oft ein paar Mal überlaufen wurde und hat dann Fehler gemacht und es sind auch einige Tore über seine Seite gekommen, hat dann auch später keine Rolle mehr gespielt, wie gesagt, als dann auch Axel Borkmann da war und Florian Brückmann und hat sich dann ein bisschen auf der Bank immer abgewechselt mit Marcel Hoppe, wobei, ja, Ben Meyer, es hat leider nicht gereicht, man wünscht ihm alles Gute, wie gesagt, der ist noch 21, wie generell der ganze Kader, auch die ganzen Abgänge, die wir jetzt haben, die alle gehen, die sind alle noch relativ jung, also da kann auch was werden, aber bei uns hat es leider nicht gereicht. Ganz genau, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, Frank. Der Nächste, wir sind immer noch in der Verteidigung. Robert Müller, muss ich sagen, oder fange ich mal an mit Robert Müller, hat nie geschafft, die Fußstapfen von Mark Stein auszufüllen, vielleicht kann man das auch gar nicht, ich sage mal solide, top, durchschnittlich oder gut, durchschnittlich gut, aber in der Offensive ging da, glaube ich, gar nichts und auch wenn Pele Wollitz sagt, immer wenn Robert Müller gespielt hat, haben wir nicht verloren, das mag alles sein, aber ja, erst mal hat er auch keinen neuen Vertrag gekriegt, wobei ich glaube, das wird zwischen Daumen und Zeige finden, also das liebe Geld wird wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben, warum wir ihn uns nicht mehr leisten können und ja, wie gesagt, er hat solide gespielt, aber ist auch nicht aufgefallen, also nicht so wie Mark Stein in der Regionalliga, der seine Diagonalbeste, der mal hochgekommen ist, also wie gesagt, er hat es nie geschafft, in die Fußstapfen reinzukommen. Trotzdem wird ja viel darüber diskutiert, ob man nicht trotzdem so einen erfahrenen Verteidiger hinten hätte gebrauchen können, gerade für so eine Saison, weil du hast es angesprochen, der Neuzugang aus Hamburg, Patrick Storp, auch nur 22 und Jan Koch, das muss man ja dazu sagen, 95er Baujahr, ein Jahr jünger als ich, das ist Wahnsinn. Ja, ja, richtig, wobei Robert Müller, muss man auch dazu sagen, war ja auch ziemlich oft verletzt, das darf man auch nicht vergessen und dann muss man mal sagen, lohnt es sich ein Spieler, der hat ja am Anfang der Saison einen Rücken gehabt und dann waren auch andere Wehwehchen und ja, da kann man vielleicht sagen, das Geld wollen wir uns sparen, dann holen wir vielleicht doch jemand anderes. Das kann ja auch gerne ein bisschen alter sein. Wie gesagt, ich komme jetzt wieder auf Jean-José Matovia. Da müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Du hast da auf jeden Fall recht. Du hast da andere Infos oder? Nee, habe ich nicht. Wünsche, Wünsche habe ich. Wünsche habe ich viele. Man kann es ja auch herbeirufen. Auf jeden Fall, da kommen wir vielleicht auch noch, wir haben ja, oder ich will es mal vorweg greifen, wir haben ja die Saison bis jetzt ein 17er Kader, bis jetzt 17 Spieler und 22 sollen es werden. Das heißt, fünf befehlen noch. Da kann man dann immer noch überlegen, ob man, also da braucht man noch einen gestanden in der Abwehr und den Rest halt Mittelfeld und Sturm, aber dafür kommen wir ja später nochmal. Also Robert Müller ist weg. Ja, ist schade, aber gut, es ist so, so ist das Geschäft. Genau. Nächster, dann Damir Bektic. Ja, ich glaube, der hatte gegen Dortmund seinen ersten Einsatz. Oder war er da noch Testspieler, Damir Bektic? Ich glaube, der war sogar noch Testspieler. War er das auch mit Orhan Yildirim noch Testspieler? Das kann sein, ja. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da werden die Experten in den Kommentaren uns wahrscheinlich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber wir behaupten das jetzt einfach mal. Aber bleibt auch nicht beim Verein, kam heute ja raus, wurde mit verabschiedet von den 14 Abgängen und ich sehe es da ähnlich wie bei Ben Maier. Von dem, was ich gesehen habe, würde ich auch nicht behaupten, dass man den als Verstärkung für einen Aufstiegsaspiranten brauchen könnte. Ich weiß noch gegen Luckenwalde im Pokal, ich glaube, als er dann noch seinen ersten Einsatz hatte, hat man eh nicht gesehen, dass da ordentlich was in Spielpraxis gefehlt hat. Ja, ich würde sogar noch so weit gehen und sagen, von ihm hat man noch weniger gesehen als von Ben Maier. Hat ja lange bei uns unentgeltlich, das darf man ja nicht vergessen, hat ja lange bei uns unentgeltlich mitgetrainiert, hat sich fit gehalten und Klaus Hildebolz hat gesagt, wir haben da überhaupt keine Eile, solange er das freiwillig macht und auf eigene Kosten, kann er gerne bei uns trainieren und wenn er dann fit ist, holen wir ihn rein. Er hat sich durchgebissen, er hat dann einen Vertrag gekriegt, aber er konnte sich nie durchsetzen. Also mehr als ein Mitläufer war er eigentlich nicht oder ein Ergänzungsspieler. Mitläufer ist das falsche Wort, mehr als ein Ergänzungsspieler war er nicht. Ist das eigentlich so einfach, bei Cottbus mitzutrainieren? Also ich würde es auch freiwillig machen, mich muss keiner bezahlen, aber ich würde auch mal mittrainieren. Wenn ich dann gegen Dortmund im Testspiel spielen könnte? Also unter Pele Wolles war der Standard in der Regionale. Denke mal an Mambon Matovir, die kamen auch zum Probespieler. Hildirim hat auch Monate sich hinterhalten. Es gab dann noch einen anderen türkischstämmigen Spieler, aber den habe ich jetzt schon wieder vergessen, der gesagt hat, das mache ich nicht mit, der hat bloß eine Woche trainiert und dann wollte er eine Entscheidung und Pele Wolles hat dann gesagt, du bist noch nicht fit, warten mal bis du fit bist, dann reden wir drüber. Und erst dann glaube ich, jetzt muss ich fliegen zum Babelsberg oder zum BRK sei gegangen. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen. Ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Pele Wolles hat einige gesagt, komm, trainiere hier mit, werde fit und wenn du fit bist, schau mal, ob du eine Alternative bist. Und so war es bei Bektic. Also wie gesagt, man kann ihm nur alles, alles Gute wünschen und hoffen, dass er sich irgendwo anders durchbeißt. Genau. Kommen wir zum nächsten, Tobias Eisenhut, wo wir beide, kann ich mich daran erinnern, wenn wir mal drüber geredet haben, ja immer noch so vermutet haben, dass man ihn los wird für halt noch ein paar Summen, für ein paar Euro, laut Transfermarkt.de Marktwert von 200.000 Euro. Wenn man die so kriegen würde, wäre das ja vielleicht nochmal was, um auf den anderen Positionen aufzufüllen. Aber wir nehmen gerade am 2.7.1945 aus. Stand jetzt ist es nicht der Fall und deswegen gehen wir auch einfach mal davon aus, dass er uns erhalten bleibt und ja, als Youngster vielleicht da hinten eine wichtige Achse bilden könnte, als Sechser nehme ich dann mal an mit Airbag, könnte, also könnte was werden. Dann, also um nochmal zurückzublicken, Tobias Eisenhut ist glaube ich die Überraschung der Saison 2019, 2020. Hatte glaube ich keiner auf dem Zettel, war für mich total überraschend. Und selbst als er ja auch in den Vorbereitungsspielen, wir haben ja schon das Spiel gegen Frankfurt damals, das war glaube ich das erste Spiel und wir haben auch die anderen Vorbereitungsspiele gesehen und da hat ja Klaus-Dieter Wolles, wie du ja gesagt hast, wir hatten viele Probespieler, wir hatten auch viele aus den U19, wie gesagt Adrian Jarosch hat mitgespielt und da haben auch andere Spieler aus der U19 mitgespielt. Und für mich war damals Tobias Eisenhut eigentlich nur jemand, um den Kader aufzufüllen, weil Klaus-Dieter Wolles gesagt hat, ich habe noch keinen Kader, wenn ich aber trainieren will, brauche ich 17, 18 Leute. Also ziehen wir ihn mit hoch und dass Tobias Eisenhut wirklich die Chance genutzt hat, im Gegensatz, na was heißt im Gegensatz, das ist falsch, aber es kam ja, wenn man sieht, es kam Colin Raag, es kam Niklas Geister, es kam Tobi Eisenhut. Und Moritz Broschinski, sag ich mal, hat ja schon ein bisschen mehr, länger reingeschubbert und von den dreien hat sich, muss man ja ehrlicherweise sagen, bis jetzt, Tobias Eisenhut, der Einzige, der sich durchgesetzt hat und ist ja auch nicht umsonst Nationalspieler geworden. Und als Einziger der vierten Liga, die anderen Nationalspieler, waren alle erste, zweite Liga schon unter Vertrag, dritte Liga hat es überhaupt keiner geschafft, nur Tobi Eisenhut. Und bei unserem Podcast-Gespräch mit Thomas Hossmann, der ja Nachwuchsleiter damals war bei Magdeburg, hat gesagt, Tobi Eisenhut, da waren wir auch dran, aber Cottbus hat das Rennen gemacht. Und ja, also auch schön, dass er den Vertrag verlängert hat, sodass wir vielleicht sogar, vielleicht doch noch eine gewisse Ablösesumme bekommen. Oder er uns verhalten bleibt. Und den Markt wäre vielleicht noch steigert und vielleicht nächstes Jahr nochmal verlängert und damit wir dann ein bisschen mehr als 200.000 vielleicht kriegen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Und dieses Turnier oder diese Nominierung, die du erwähnt hast, hat ja auch Maxi Zimmer im Podcast gesagt, das war auch das Turnier, dieses Vier-Nations-Turnier oder so, wo er auch damals nominiert wurde. Und ich glaube, das war sogar das Turnier, wo er dann mit Götze zusammen in der Nationalelf gespielt hat. Also schon eine Art Ritterschlag und wäre natürlich super, wenn man so enthalten könnte. Aber wer weiß, was da die Herren Abt und König und wie sie alle heißen, schon planen. Die lassen sich da ja auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit nicht so in die Karten gucken. Deswegen können wir da auch nur spekulieren, Frank. Aber, ja, sind wir uns eigentlich einig. Jetzt kommen wir zum nächsten Spieler, Frank. Wie hast du ihn letztens genannt? Die Energie-Kottbus, darf man das sagen? Rampen, Rampensau und Niklas Erlbeck. Das meinen wir natürlich alles nur nett, weil von den Spielern, so wie wir es mitbekommen haben, er immer für ein Gespräch zur Verfügung steht. Und so war es auch diesmal. Ich konnte ein Vorgespräch mit ihm führen, Frank. Und ich würde sagen, bevor wir darüber reden, hören wir da mal kurz rein. Sehr gerne. Na klar. Dann geht es gleich weiter. Der Podcast, der dann aufgenommen wird von mir und dem Frank. Der Saison-Fazits-Podcast. Aber wir wollen natürlich auch gleich ein bisschen in die nächste Saison reinblicken. Deswegen würden wir auch mit dir natürlich gerne erstmal über dein Fazit sprechen wollen. Du bist ja als vereinsloser Spieler zum FCE gekommen. Jetzt ist die Saison nicht zu 100 Prozent ideal ausgegangen. Trotzdem, wie ist dein Fazit trotz Corona und den Umständen, sage ich mal? Ja, für uns natürlich extrem bitter gelaufen. Letztendlich. Wir haben uns, ja, als ich gekommen bin, habe ich mir persönlich und die Mannschaft auch natürlich viel vorgenommen. Diesen Rückstand, den wir ja hatten zum Anfang der Saison, natürlich irgendwie wettzumachen und den Anschluss an die Tabellenspitze zu verkürzen. Das ist uns ja dann auch gut gelungen. Bis zur Winterpause haben wir eine Serie gestartet und waren dann ganz oben, wo wir uns natürlich auch nicht mehr vertreiben lassen wollten. Den Platz wollten wir natürlich behaupten, da oben an der Sonne und ja, ist uns in der Rückrunde dann leider nicht gelungen zum Start der Rückrunde nach der Winterpause. Aber es wusste natürlich auch keiner, dass es letztendlich die Situation dann so kommt, wie sie gekommen ist bezüglich Corona. Von daher haben wir uns für die letzten neun Spiele natürlich noch viel vorgenommen und ausgerechnet. Und ja, ein Punkterückstand von zwei Punkten, ja, da war, glaube ich, war noch alles drin. Und ja, sind da auch dementsprechend positiv in das letzte Drittel der Saison gegangen, um das große Ziel, den Aufstieg bzw. erstmal die Meisterschaft und dann die beiden Relegationsspiele zu erreichen. Und ja, haben uns dann durch Corona oder mit Corona haben wir uns dann trotzdem versucht, so vorzubereiten, dass wir noch spielen. Das wurde uns dann leider verwehrt. Wir hatten alle gehofft, dass wir eine sportliche Lösung bekommen und haben eine sportliche Lösung angestrebt. Die wurde uns dann auch leider verwehrt und ja, dementsprechend blickt man ja irgendwie zwiegespalten auf die Saison zurück. Zum einen bin ich natürlich froh, dass ich in Cottbus bin und hatten ja auch wirklich eine erfolgreiche Zeit. Gerade die Hinrunde bis zur Winterpause, wo wir, wie gesagt, die Serie gestartet haben, war ja äußerst erfolgreich. Aber dass es dann so kommt und ja, wir dann die Meisterschaft per Quotientenregel, ja, dass sie so entschieden wird, das war nicht abzusehen. Von daher, ja, extrem bitter für uns. Wir hätten gerne die Chance gehabt bis zum Ende oder ja, auf eine sportliche Lösung und haben gehofft, dass wir die Aufstiegsspiele bestreiten können. Die Relegationsspiele, das wäre, denke ich, auch realistisch gewesen. Ja, und jetzt greifen wir einfach im nächsten Jahr neu an und versuchen, ja, positiv nach vorne zu blicken. Ja, Frank, das war ein Ausschnitt unseres Interviews, sage ich mal, das, worum es auch hier in unserem Podcast gehen soll. Wer sich das komplette Interview anhören möchte, ein 19-minütiges Interview mit mir und Niklas Elbeck, der kann sich das gerne auf dem NRGFM-Kanal komplett angucken. Für unsere Zwecke soll dieser drei-Minuten-Ausschnitt erstmal reichen. Da wurde das Gröbste quasi angeschnitten. Wer noch wissen will, was Niklas Elbeck über Geisterspiele denkt, sich Urlaubstipps holen will oder wissen will, ob und wann Niklas Elbeck vielleicht mal sein erstes Tor für NRG schießt, der darf dann ins komplette Interview reinhören, Frank. Ja, er hat es gesagt, Niklas Elbeck, wir waren ja Erster, das muss man sich ja auch nochmal vor Augen führen und zwei Punkte Abstand, das war eigentlich noch alles drin zum Spieler an sich. Ja, sind wir, glaube ich, beide froh, dass er bleibt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, er kam ja, er war ja vereinslos, er kam dann zu uns, er wollte bestimmt auch bloß Spielpraxis sammeln, hat die auch von uns bekommen und hat auch seine Chance genutzt. Also ich kann mich seltener an ein Spiel erinnern, wo er mal bloß ein Mitläufer war. Er hat meistens das angekurbelt, war immer eine Bank. Also ich muss sagen, ja, war letzte Saison eine Top-Verstärkung und ich glaube auch, dass diese Saison er einer der Leistungsträger werden wird. Gehe ich auch davon aus, ich glaube auch in dem Landespokalspiel, in dem wir rausgeflogen sind, hat Wollitz risikohaft der Erbeck geschont, rausgenommen. Ja, ja, er hat viele geschont. Und das hat man dann ja auch so ein bisschen gesehen, dass mit Erbeck... Da hat er ein Backkitsch gespielt. Ja, und da hat auch, glaube ich, Jonas Hicker sein schlechteste Spiel gemacht, was er ja eh gemacht hat, aber auf den kommen wir ja gleich noch. Auch, aber genau, hat man, das sind so unsichtbare Spieler, finde ich immer, so Niklas Erbeck, die zwar einen großen Impact haben, aber die gar nicht so sehr auffallen. Wie gesagt, Tore hat er ja noch nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn wir Statistiken hätten, Zweikämpfe gewonnen oder Pässe, die an den Mann gebracht werden, ich glaube, da wäre Niklas Erbeck ganz vorne mit dabei. Und deswegen bin ich auch froh, dass er zum Leader wird, weiß man nicht, traue ich ihm auf jeden Fall zu, weil, wie gesagt, hinten als Sechser, vielleicht mit Eisenhut, mache ich mir über die Abwehr dann tatsächlich keine Sorgen und habe da großes Vertrauen. Richtig, wie gesagt, du hattest ja gesagt, dass er unauffällig ist, aber ich glaube, das ist das Los des zentralen Mittelfeldspieler, dass du eigentlich, ja, also wenn er unauffällig war und normal seine Arbeit macht, also zentrale Mittelfeldspieler sind nie welche, die ganz vorne stehen. Entweder ist es hinten die Abwehrkante, die alles rausräumt oder da vorne ist es der Stürmer oder sind die Flügeflitzer, aber die im defensiven Mittelfeld, das sind mehr oder weniger die Wasserträger, die Staubsauger vor der Abwehr. Und die werden viel zu selten gewürdigt und umso besser, dass wir Niklas Erbeck noch eine weitere Saison bei uns haben. Jetzt schmeiße ich hier mal eine Frage in den Raum, die wir vorher nicht besprochen haben, weil es mir gerade einfällt, weil Rangelhoff kam ja heute raus, bleibt nicht. Wer war unser Backup-Kapitän, Jan Koch oder wer war das? Jan Koch war auf jeden Fall mal Kapitän, ich meine sogar Robert Müller war auch mal Kapitän gewesen. Ja, weil das ist dann die Frage, was glaubst du, wer Kapitän nächstes Jahr wird? Glaubst du, es wird wieder Koch oder weil wir jetzt schon bei Erbeck sind, könntest du dir das vorstellen oder wird es vielleicht jemand ganz anders? Ich glaube, es kommt darauf an, ob A, die Mannschaft den Kapitän wählen darf oder ob der Trainer den Kapitän bestimmt. Ich denke mal, wenn die Mannschaft jemanden wählen dürfte, gehen natürlich immer noch Sympathiewerte. Und da weiß ich nicht, welches Standing Niklas Erbeck hat oder zum Beispiel auch Felix Geißler könnte ich mir auch gut in der Rolle vorstellen oder der Älteste ist Florian Brückmann. Oder ob der Trainer wirklich sagt, es gibt einen Spieler aus der Mannschaft, dem die Kapitänsbinde noch mehr pushen würde und dem gebe ich die. Also ich weiß nicht, also ich bin wirklich gespannt, wer die Kapitänsbetriebe, wobei, wie du schon sagst, Jan Koch hatte auch schon mal Kapitän Robert Müller. Ja, Wittko Rangelow, der normal, der etatmäßig Kapitän, hört ja auf. Ja, also es bleibt spannend. Vielleicht Tobi Eisenhut, damit er noch drei Jahre bei uns verlängert. Irgendeine ganz blöde Klausel, die ihn zum Verlängern zwingt, wenn er Kapitän ist. Nein, ich denke auch Jan Koch oder vielleicht, wie gesagt, Erbeck jetzt darüber reden, könnte ich es mir sogar vorstellen. Aber da, das bleibt abzuwarten. Und wir kommen zu Frank. Ja, es war mal dein Lieblingsspieler. Ist er immer noch. Ist er immer noch und er verlässt uns. Paul Germann, ja, war glaube ich in seiner Zeit bei Cottbus mehr verletzt, als er fit war, oder? Nee, sehe ich gar nicht. Also er war vier Jahre bei uns, aber er hatte in den vier Jahren meistens Spieler vor sich, an denen er leider nicht vorbeikommen ist. Also richtig verletzt war er eigentlich, glaube ich, oder lange verletzt war er, glaube ich, bloß diese Saison. Dann ist das wahrscheinlich einfach nur noch so in Erinnerung. Wahrscheinlich nicht. Der hatte sich ja den Mittelfuß gebrochen. Jetzt noch mal eine OP gehabt. Ich verfolge das so ein bisschen. Ach so, ja. Ja, wie gesagt, die posten ja alle fleißig bei Instagram. Hat jetzt in der Corona-Zeit sich nochmal operieren lassen. Also lag dann wahrscheinlich auch daran, dass er nicht, ne? Wahrscheinlich. Also wie gesagt, war vier Jahre bei uns. Hat ja die erste Aufbauphase vor vier Jahren schon mitgemacht. War auch einer der ersten, die damals bei uns unterschrieben hatten. War eigentlich, sag ich mal, solide. Also er war nicht, also ich kann mich an keine guten Spiele, ich kann mich aber auch an keine so schlechten Spiele. Er war halt immer solide und hatte immer das Problem, wie gesagt, dass es einen anderen auf seiner Position gab, die besser war. Und er war halt, das ist auch ein bisschen die Krux, er war halt ein Allraunner. Also den konntest du überall reinschmeißen. Und er war, ja, wie gesagt, er war der Allraunner. Und Pelle Wollitz hat ja mal gesagt, wenn er das, was er im Training zeigt, wirklich im Spiel auch zeigen würde, dann wäre er bei mir unangefochtener Stammspieler. Und da wir ja in dieser Saison soweit sind und alle Ergänzungsspieler und Mitläufer mehr oder weniger vor die Tür setzen, ist er leider nach vier Jahren leider auch dabei. Ja, für mich persönlich schade, weil ich hätte gedacht, wenn er nicht verletzt wäre, wäre es wahrscheinlich auch eine gute Saison für ihn gewonnen. Er hatte auch beim Bayern-Spiel, hinten die Innenverteidigung mit Jan Koch, hat er seine Sache ganz, ganz gut gemacht. Er hatte natürlich auch, glaube ich, bei Afro, glaube ich, den Klops, wo er den Pass viel zu schwach zu Lennart-Moser schießt. Also wie gesagt, Licht und Schatten war immer dabei, aber schade finde ich es trotzdem, aber ich finde es bei jedem Spieler schade, der gehen muss. Deswegen, Paul, alles Gute und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht wechselt er ja zu einem Regionalliga-Nordost-Konkurrenten. Wer weiß, weiß man nicht. Wird man ja alles noch verfolgen. Also ich wünsche es keinem. Also alle Abgänge, die wir haben, ich wünsche gerne, dass sie Regionalliga oder höherklassige was finden, aber ich möchte die alle nicht in der Regionalliga Nord-Ost sind. Die können gerne Regionalliga Bayern-West oder Nord spielen, aber die dann wieder auf dem Spielplatz sind. Du weißt ja selber, wir haben ja auch viel, viel kommentiert, wie viele ehemalige Spieler in den gegnerischen Mannschaften haben wir da gefunden. Also ja, nee, möchte ich eigentlich nicht sehen. Aber man weiß es nicht, wir werden es ja sehen. Genau. Wenn er wieder fit ist. Wir werden es sehen. Kommen wir zu Felix Geißler. Ja, war am Ende der Saison dann verletzt oder schon in der Mitte der Saison, er hat sich an Rathenow das Kreuzband gerissen. Interessanterweise war das ja ein Spiel, wo sich zwei Spieler das Kreuzband gerissen haben. Mir fällt der Name vom Rathenow-Spieler nicht mehr ein, aber der hat sich da auch das Kreuzband gerissen. Also ja, richtig, richtig bitter wurde er eingewechselt. Hat auch in der Saison noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Hat ein bisschen seine Erwartungen, die ich zumindest an ihn hatte, konnte er nicht so ganz erfüllen. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. War dann auch, glaube ich, gar nicht mehr Stammspieler, was er ja am Anfang noch war. Deswegen hoffen wir, würde ich sagen, dass er topfit zurückkommt nach seiner Verletzung. Und ja, könnte, muss vielleicht sogar einer der wichtigsten Spieler in der nächsten Saison sein, meiner Meinung nach. Ja, ist ja, wenn du das siehst, wir kommen ja noch zu den anderen Spielerabgänge. Er ist ja eigentlich das Cottbusser Obelstein. Wenn man sieht, bis auf das eine Jahr in Zwickau hat er ja fast nur bei uns gespielt. Und ich glaube, viele hatten auch letztes Jahr schon die Hoffnung, dass er aus dieser Saison mehr macht. Wie gesagt, er war dann auch bis zum Radnusspiel meistens auch bloß ein Wechselspieler, hat auch ein paar gute Spiele gemacht. Aber nie so der ganze große Durchbruch. Und dann kam der blöde Kreuzbandriss dazu. Umso besser, sage ich mal, wir hatten ihn ja auch schon ein, zwei Mal im Gespräch gehabt, du ja mit dem Samuel zusammen. Ich glaube, wenn er seine Unbekümmerheit und seine Lockerheit findet, könnte er in dieser Saison wirklich sehr, sehr wertvoll für uns werden. Ja, und ist ja auch noch jung mit 23. Ja, und mit dem Background ja, wenn er nicht sowieso schon die Identifikationsfigur ist, stehen ihm da eigentlich alle Wege offen. Ähnlich wie seinem Bruder Niklas Geisler. Ja, Niklas Geisler hat hier und da, hat er mich tatsächlich, nein, ich will nicht sagen überzeugt, aber da war ich echt angetan von ihm, aber hat ja auch im Endeffekt gar nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, wenn ich mir, wenn ich das richtig erinnere. Ich finde es gut, dass er verlängert hat, wird aber, glaube ich, nächstes Jahr erstmal auch so ein Backup werden. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er zum Stammspieler mutiert. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, Frank, weil es ist ja, das muss man ja auch dazu sagen, merkt man jetzt so langsam, auch lange her, dass wir die alle mal haben spielen sehen. Vielleicht ist ja Niklas Geisler jetzt in der Corona-Zeit zum Weltfußballer geworden und wird der wichtigste Spieler nächstes Jahr. Aber von dem, was ich gesehen habe, denke ich mal, wird es eher jemand sein, den man ab der 60. Minute bringt. Also ich muss mal ganz, 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 ganz weit ausholen, als Felix Geisler vor drei, vier Jahren zusammen mit Jonas Zickert, wo Pele Wollens ihn auch in der dritten Liga gebracht hat, das war unsere Abschließsaison, da hieß es, Felix Geisler ist ein guter, aber warte mal, bis sein Bruder kommt. Und der ist, so, 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 sagen die Nachwuchstrainer, noch einen Tacken besser, noch einen Zacken schärfer, spielt auch besser. Und er hat dann letztes Jahr seinen Profi-Vertrag bekommen und letztes Jahr hat er auch seine Spielzeiten am Anfang bekommen, genauso wie Colin Raag aus der Jugend. Aber wie gesagt, dann kamen Spieler, die halt erfahrener, reifer, älterer, vielleicht auch besserer waren und schon warst du mit der Spielzeit weg. Und das ist ja das Schöne wahrscheinlich an der nächsten Saison. Ich hatte es ja leise angekündigt, wir waren ja, angeblich hatten wir ja letzte Saison 28er-Kader, dieses Mal soll es ein 22er-Kader sein und da sind auch schon zwei Torwarte dabei. So, und wenn du jetzt überlegst, wer diese Saison verletzt war, dann nehmen wir mal Heitic, dann nehmen wir mal Germann, dann nehmen wir mal Hasse, dann nehmen wir mal Felix Geisler. Das sind vier Leute und wenn du aber bloß einen 20er-Kader hast und vier Leute sind schon verletzt, dann hast du bloß noch einen 16er-Kader, den du mitnehmen kannst. Also je kleiner der Kader ist, desto größer ist er die Chance, dich dort auch zu zeigen. Und Klaus-Dieter Wollitz, ich muss immer wieder auf den kommen, weil da wurde auch drauf angesprochen, weil er meinte, Niklas Geisler ist nicht schlechter als Tobias Eisenhut. Aber im defensiven Mittelfeld hat ein bisschen der Fuß gedrückt oder der Schuh gedrückt, deswegen hat er Tobi Eisenhut gespielt. Im offensiven Mittelfeld Niklas Geisler musste sich hinten anstellen und hat deswegen weniger Spielpraxis bekommen als Tobi Eisenhut. Aber es könnte auch seine Saison sein. Wie gesagt, je kleiner der Kader ist, desto größer ist die Chance, dort wirklich anzugreifen und was zu machen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Unterstreiche ich so. Nächster Spieler, Rico Gladro. Habe ich wenig zu sagen tatsächlich. Ist mir, ich weiß nicht, habe ich zu wenig gesehen. Das ist vielleicht auch, wieder haben wir drüber geredet, zu lange her. Um jetzt ein Urteil zu fällen, fehlen mir die Eindrücke. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch ein bisschen? Er kam ja in der Winterpause von Rot-Weiß Erfurt. Wenn man seine Vita durchliest, ist es ein gestandener Regionalligaspieler. Ist auch schon 29 Jahre, also wäre zusammen mit Florian Brückmann bis jetzt dato die ältesten Spieler im Kader. Hat gute Ansätze. Ich würde sagen, er rennt mit ein paar Pfunden zu viel über Platz, würde ich jetzt sagen wollen. Dachte ich mir auch anfangs. Das ist das, was ich noch weiß. Aber man sieht, dass er spielerisch was drauf hat. Das sieht man auf jeden Fall. Und er hatte auch gute Spiele. Ich glaube sogar, ich weiß nicht mehr, welche Spiele, da durfte er von Anfang an ran. Das war richtig gut. Das Spiel da drauf durfte er wieder nicht von Anfang an spielen. Da haben sie ihn eingewertet, da war er wieder weniger gut. Also was wir richtig an ihm haben, müssen wir eigentlich in dieser Saison sehen, weil dafür war die letzte Saison einfach oder die Rückrunde einfach zu kurz. Ja, Tobias Hasse, was, ja, genauso. Soll glaube ich noch nicht raus, ob der bleibt. Nein. Also ich würde es mir wünschen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das mit seinem Heilungsprozess ist. Er war ja auch dann, ich glaube Mitte der Hinrunde, war ja schon verletzt und davor hat er aber immer gespielt. Er hat zuerst auf der linken oder rechten Position gespielt, je nachdem, wo Klaus-Lieter Wolls ihn hingestellt hat. Wie gesagt, dann kam ja Axel Borgmann, dann hat er auf der anderen Seite gespielt. Manchmal hat er auch Innenverteidiger gespielt zusammen mit Jan Koch. Tobi Hasse hat dann auch mal im linken Mittelfeld, glaube ich, gespielt. Also war überall einsatzbar, ist seine Kilometer abgespult und wenn ich was zu sagen hätte und er fit wäre, würde ich ihm einen Vertrag geben, aber es gehören immer zwei Seiten dazu. Auf jeden Fall. Er war ja auch jetzt wirklich schon mega lange verletzt. Es war ja was Kompliziertes da am Knie, deswegen, ja, bleibt es uns da auch abzuwarten. Mach dir nichts bei Instagram. Kannst du nicht gucken? Nee, mach doch nicht. Sonst hätte ich das schon gesagt. Natürlich. Ich bin ja ausgebildeter Instagram-Stalker bei den Energie-Kottbus-Profis. Nee, aber wie gesagt, da habe ich selten ein Update irgendwie erhaschen können über die sozialen Medien. Weiß ich nicht. Nächster Spieler, Dominik Peliwan, bleibt auch nächstes Jahr. Frank, waren wir uns, glaube ich, beide einig, dass wir eine gute Vertragsverlängerung finden. Also ich will ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass er bei uns verlängert. Beziehungsweise er kam ja von, er war ja vereinslos, davor war er ja bei Groß Asbach, hat sich da ein bisschen verzockt. Hat bei uns gute Spiele gemacht, war manchmal auch ein bisschen, also er sieht ja immer ein bisschen schläfrig aus, als wenn er gerade irgendwo aufgestanden wäre. Aber er macht seine Sache ganz gut und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass er sich noch eine Regionalligasaison bei uns antut. Ich habe gedacht, vielleicht, das Transferfenster macht ja erst auf, dass er vielleicht erst mal seinen Berater losschickt und sagt, guck erst mal, was ist, Cottbus können wir immer noch. Aber dass er jetzt, also ich hätte nie gedacht, dass er bei uns verlängert und umso mehr freue ich mich, weil wir kommen ja noch zum Kader der nächsten Saison, die er bis jetzt steht. Also defensives Mittelfeld und Abwehr plus Tor ist eigentlich fast safe. Ja, genau. Deswegen finde ich es auch gut, dass wir ihn nächstes Jahr im Kader begrüßen können. Ein Spieler, den wir nicht im Kader haben nächstes Jahr und das finde ich persönlich sehr schade ist, Colin Raag, Frank. Ja, habe ich eigentlich immer gehofft, dass er irgendwann seine Art Durchbruch hatte, weil er ja auch, fände ich immer, oder ganz solide gespielt hat. Da war Potenzial zu sehen, aber jetzt, ja, trennen sich leider die Wege. Finde ich, finde ich sehr schade. Nach zehn Jahren, der hat zehn Jahre im Verein, also der hat sämtliche Jugendmannschaften durchgespielt. Er hat ja noch einen Profivertrag, ist ja bei Thorsten Matuschka, ist ja sein Berater, hat dann letztes Jahr den Profivertrag unterschrieben, hat auch am Anfang der Saison gespielt, weil wir ja zu wenig Leute hatten, hat auch gegen Borussia Dortmund ein Tor geschossen, was nicht anerkannt wurde. Also, ich habe den Jungen nicht im Training gesehen, da muss ich ehrlich sein, ich habe ihn wirklich bloß auf dem Spielfeld gesehen und wenn er mal gespielt hat, und ich fand ihn da nicht schlecht, ich habe gesagt, der hat Welpenschutz, der kann mal einen Fehler machen, das wirst du bestimmt genauso dazustehen. Also, schade, dass er, also ich verstehe es nicht, aber vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es auch so, wie bei vielen anderen Jungs auch, wenn du was werden möchtest oder deine Fußballkarriere vorantreiben darfst, darfst du nicht beim Heimatverein bleiben, du musst dann einfach mal gehen und vielleicht ist das auch das Gute an Colin Rack, also ich wünsche dem Jungen ganz, ganz viel Gute oder alles Gute und ich glaube, der macht seinen Weg, weil, wie gesagt, so schlecht fand ich nicht, also ich hätte ihn behalten. Ja, ich auch, also da sind wir uns einig, dass wir den beide behalten hätten, wen wir auch gerne behalten, also wenn es nach uns geht, wen wir gerne behalten würden, aber geht halt nicht, hätten Berkant-Tatz, ja, Frank, der ist einfach zu gut für die Regionalliga, für noch ein Jahr Regionalliga. War ja auch bloß ausgeliehen von Union, also ich sage mal so, das war ja abzusehen, dass wir, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Kaufoption hatten. Die Frage ist natürlich jetzt, was Union jetzt mit ihm macht, Union ist ja sensationell in der Bundesliga nicht abgestiegen, sondern sie sind ja sensationell, haben sie ja die Klasse gehalten, für die erste Bundesliga könnte ich mir noch nicht vorstellen, also entweder leihen sie noch mal aus, aber diesmal an Drittligisten, an den ambitionierten Drittligisten, weil da gibt es ja die U23-Regel, oder aber die sagen, Junge, mach deine Papiere fertig und lerne, lerne laufen und dann würde er sagen, na gut, aber dann frage ich erst noch bei der zweiten, dritten Liga nach und nicht in der Regionalliga, aber Berkan Tatz hat ja manchmal Spiele, also sagen wir es mal so rum, er konnte, das haben wir oft genug gesehen, seine Gegenspieler auf dem Bierdeckel austanzen, also technisch perfekt, er hat manchmal nicht das Auge für den Mitspieler gehabt, das muss man auch sehen, aber er konnte manchmal Spiele entscheiden und wenn er da aus der 16er Raum eine Kante rausgeholt hat oder einen Strahl rausgeholt hat und wie gesagt, ich kann nur das 2 zu 2 am BRK mich erinnern, wo alle schon gedacht haben, der Schiedsrichter, der pfeift gleich ab und dann zieht ja noch einmal ab und hämmert das Ding ins 3 an und schiebt 2 zu 2 und wir waren gefühlter Sieger, also ich denke mal, der macht seinen Weg, vielleicht nicht in der ersten Liga, aber spätestens in der dritten oder in der zweiten Liga. Auf jeden Fall, also hat großes Potenzial, was sagen wir hier, 98er Baujahr, ja, der hat noch viel vor sich, würde ich prophezeie es einfach mal mindestens ein gestandener Zweitligaspieler irgendwann mal werden, wenn er so weitermacht, weil von dem war ich sehr überzeugt, Frank. Vielleicht kann man ja bei Union ja nochmal nachfragen, ob die vielleicht jetzt aus der Jugend so einen ähnlichen Spieler haben und auch der Meinung sind, dass sie ihn ausleihen wollen. Genau. So, jetzt bin ich aber ans Wort gefallen wegen Orhan Yildirim. Ja, hätte ich persönlich auch gerne behalten. Echt? Ja. Okay. Fand ich, der hat zwar selten von Anfang an geschrieben, war ein Spieler, habe ich immer wieder gesagt, der mir nur gefällt, wenn er von der Bank kam. Zum Nachladen. Zum Nachladen. Und zum Nachladen wäre er auch in dieser Saison einer gewesen, den man hätte gebrauchen können. Stammspielcharakter hat er einfach nicht gehabt, weil er mir nie gefallen hat, wenn ich ihn von Anfang an habe spielen sehen. Aber wenn er von der Bank kam, wusste ich immer, jetzt kommt nochmal ein Impuls. Kommt nochmal vorher rein. Und das wüsste, hättest du wahrscheinlich auch in einer Saison, wo du Spiele gegen Ende vielleicht auch nochmal eher gewinnen musst, weil du wirklich Meister werden musst, wenn du aufsteigen willst. Finde ich schade. Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist glaube ich Orhan nicht sein Anspruch, ab der 70. ab der 80. zu kommen. Ich glaube, das ist nicht sein Anspruch. Er war ja auch vereinslos, hatte sich glaube ich ein bisschen verzockt. Ich glaube, er wollte in die Türkei wechseln, in die zweite oder sogar in die erste türkische Liga. Hat dann leider nicht geklappt, war dann vereinslos, hat dann bei uns, wie du ja schon gesagt hast, ein Probetraining gemacht und Klaus-Dieter-Rolls hat gesagt, Probe Monate glaube ich sogar, also das war ja wirklich. Ja, und Klaus-Dieter-Rolls hat dann gesagt, jawohl, du kannst kommen und da gebe ich dir absolut recht, wenn er eingewechselt wurde, man hat sein Potenzial gesehen. Aber es war für mich auch so eine Art Maxi-Zimmer-Typ, weil Maxi-Zimmer hat auch ganz selten über 90 Minuten gespielt und genauso war das bei Orhan Jeligim auch. Zum Nachladen top, aber ich weiß a nicht, ob es ein Anspruch ist und b, zum Nachladen hättest du vielleicht auch mal einen Colin Ragh oder einen anderen Jugendspieler haben sie vielleicht dann im Auge, das Trainer gespannt, wo sie sagen, gut, der kostet vielleicht ein bisschen weniger, aber der kann auch noch mal Ballett machen. Vielleicht, wie gesagt, man sieht, wir haben die auch bloß im Spiel gesehen, man sieht die nicht im Training und am Ende ist es auch eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger. Was kann der Verein geben und was will der Spieler haben und da muss man ja zum Nenner kommen. Ja, dann kommen wir zu dem Spieler, wo ich es am überraschendsten finde, dass er keinen neuen Vertrag bekommen hat, weil er für mich gegen Ende mit am besten, mit am konstantesten gespielt hat und zwar Jonas Zickert, Frank, ewige Verletzungshistorie, jetzt aber mal ein Jahr gehabt, wo er wirklich konstant gut gespielt hat mit Ausnahmen, wie habe ich ja vorhin schon angesprochen, nee, nicht Ludwigsfelde, Luckenweide, aber danach auch das Tor gemacht gegen Hertha, unfassbar wichtig, finde ich ganz, ganz, ganz bitter, dass man den nicht halten konnte. Also verstehe ich überhaupt nicht, zumal er ja auch halten wollte, halten wollte, genau, also verstehe ich gar nicht, zumal wir haben ja letztes Jahr bei dem Saisonfazit und Vorbereitung ja schon gesprochen, dass es verdammt schwerführen wird und da stand ja auch, mega auf der Kippe, er hatte ja ein, er hatte ja ein Probetraining bei Werder Bremen, zweite Mannschaft gehabt und auch Klaus-Dieter Wolz hat gesagt, ja, bei Jonas Zickert, wir wissen nicht, er war so lange verletzt, er hatte ja, glaube ich, zwei Kreuzbandrisse, so gut wie hintereinander und dann hat er mal ein Spiel gemacht und dann war er wieder lange verletzt, also er war nicht belastbar und diese Saison, muss man wirklich sagen, klar hat er auch ein paar Aussätze, wie du schon sagst, in Luckenwalde, nicht in Ludwigsfeld, sondern in Luckenwalde und er hatte bestimmt auch ein paar andere Aussätze gehabt, aber er hat in dieser Saison auch drei Tore und vier Vorlagen gemacht und das als ein Spieler, also ich fand, von den letzten vier Jahren war dieses Jahr oder diese Saison seine Beste von den letzten vier Jahren, weil er ja meistens wo es verletzt war und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so ein Topverdiener war, also ich denke mal, so was ich gehört habe, hat er einen ganz, 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 ganz starken leistungsbezogenen Vertrag bekommen und ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass es am Geld gelegen hat, warum man den nicht halten wollte, entweder haben sie gesagt, okay, das war doch so verletzungsanfällig, wenn wir schon einen kleinen Kader haben, müssen wir Spieler holen, die nicht so verletzungsanfällig sind, trotzdem kannst du nicht in die Glaskugel schauen, es gibt bestimmt Spieler, die waren ihr ganzes Leben nicht verletzt und dann spielen sie bei einer Kottbus, weil ich Spiel habe im Kreuzbandriss, das weißt du halt nicht, also Jonas Sickert, genau wie Colin Raag, über zehn Jahre bei Energie Cottbus und ein Urgestein kommt ja auch aus Großgarguer, das heißt, er ist ja ein richtiger Cottbuser jung und ja, schade, schade, extrem schade, also wenn es eine Frage geben würde, die ich dann dem Trainerteam beziehungsweise dem Team um den Trainer was fragen würde, dann warum es denn da nicht so in einer Vertragsverlängerung zu einem Vertrag gekommen ist, weil wie gesagt, das ist wenig nachvollziehbar und das meinte ich ja auch mit, die lassen sich wenig in die Karten schauen, so ein richtiges Statement dazu gab es ja noch nicht und ich glaube, das würde mir aber schon was bringen, wenn es dann vielleicht doch woran auch immer lag, aber es ist für mich und für dich ja auch, haben wir ja gerade gehört, einfach nicht erkennbar, warum man den Vertrag nicht verlängert hat. Wir haben, du hast gesagt, vor einem Jahr haben wir quasi gesagt, er braucht mal eine Saison, wo er verletzungsfrei bleibt, die hat er jetzt gehabt und jetzt wird der Vertrag nicht verlängert. Das ist extrem, extrem schade. Aber dann kannst du auch die Trainer fragen, wie du möchtest. Du wirst eine ehrliche Antwort bekommen, das glaube ich, aber erst wenn die Mikros aus sind und unter vier Augen. Ich glaube, sobald dort irgendwo ein Mikro oder irgendjemand mitschreibt, wirst du wahrscheinlich keine richtig ehrliche Antwort bekommen. Ja, aber lieber eine hingestolperte Antwort, die mit wenig Aussage als gar nichts. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Vielleicht gibt es ja bald wieder eine PK, ich weiß ja nicht, die letzten PKs, da waren ja immer so, dass die Journalisten die Fragen vor dem Spiel oder nach dem Spiel schnell handschriftlich schreiben durften und dann wurden die einfach auf der PK runtergerasselt. PK mit Journalisten gab es ja die letzten Bundesliga-Spiele jedenfalls nicht. Mal sehen, wie es in der Regionallien läuft. Die letzte PK mit Sebastian Abt war aber noch besucht. Ja, aber war das schon Corona? Ja, aber da hat man quasi nur noch drauf gewartet, dass es die Spieler abgesagt oder verschoben werden. Jetzt kommt dein Lieblingsspieler, Nico. Genau, ich wollte es gerade sagen, Abdukadir Beazid, ja, oft belächelt von mir, nur auch, nee, jetzt nicht ähnlich wie bei Zickert, aber der hat mir immer besser gefallen und irgendwann habe ich auch gesagt, der hätte mal vielleicht sogar, es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, der hätte auch mal einen Startplatz oder mehr Einsatzzeiten verdient, weil er, ja, mir da vorne immer gut gefallen hat, nicht immer, aber immer besser gefallen hat und immer frischen Wind gebracht hat. umso ärgerlicher, dass er jetzt den Verein verlässt, wo ich so lange quasi Scherze drüber gemacht habe, bis ich irgendwann keine Scherze mehr machen konnte, weil er dann ja mit einmal mich zumindest überzeugt hat und jetzt geht er, finde ich, schade, ehrlich gesagt. Hätte man gebrauchen können, gerade mit dem Wissen, dass Rangelhoff nicht bleibt jetzt. Ja, wobei, wir kommen ja auch nochmal, bis jetzt haben wir ja momentan nur zwei Stürmer, das ist einmal Felix Brückmann, der ja eine Bank ist, da kommen wir gleich nochmal zu und Nils Stettin von Fürstenwalde, wobei Nils Stettin aus Fürstenwalde, erstens aus Fürstenwalde kommt, das ist schon mal Punkt Nummer eins, das heißt, er muss sich erstmal unter richtigen Profibedingungen zurechtfinden und den Fürstenwalde zwar auch regelmäßig geknipst habe, aber, ja, auch, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob Nils Stettin überhaupt in Fürstenwalde regelmäßig Stammspieler war oder ob da auch bloß eingewechselt wurde. Also, da fehlt es ja nun richtig und Abdu Kadir Beazid, sage ich ja immer wieder, die Geschichte weiß ja keiner so richtig, warum er überhaupt zu Cottbus gekommen ist. Manche sagen ja, Klaus-Lieder-Wolle hat ihn damals bewusst geholt, um Babelsberg vor dem Pokalfinal noch ein bisschen Kürre zu machen. Kam auch nie über einen Agentenspieler hinaus, also, dritte Liga braucht man gar nicht drüber sprechen, dass das nicht sein Niveau ist, aber dann, als jetzt die Saison losging, hat man noch gedacht, zumal in den Testspielen hat er ja regelmäßig geknipst, er hat auch im Pokal, glaube ich, ein, zwei Buden gemacht, wo man sagen, für die Regionalliga reicht und vielleicht kommt er jetzt auch, aber, wie gesagt, mehr als ein Agentenspieler ist das nie geworden. Nee, ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie zwei Jahre verschenkt waren für BAC, aber, drei sogar, drei, nee, das Abstiegsjahr aus der dritten Liga, wir waren ja nur ein Jahr dritte Liga, ich habe auch gedacht, drei, aber es waren nur zwei, aber die zwei haben ihnen gar nichts gebracht und das in so einem Alter, wo man ja eigentlich dann Fuß fassen möchte, bin ich gespannt, wo der unterkommt, ehrlich gesagt, muss man, muss man gucken, Frank, wir haben noch drei Spieler offen, drei Stürmer und, ja, zwei davon Abgänge beziehungsweise ein richtiger Abgang und das ist Moritz Proszynski. Ja, dem ich noch ein bisschen stinkig bin, dass er seinen Vertrag nicht verlängert hat, weil Dortmund hätten wir vielleicht doch noch ein bisschen Ablöse kriegen können, aber gut, sei es drum, so ist das Fußballgeschäft, Moritz Proszynski, was soll ich sagen, wohl als Stürmer so gut wie gar nicht eingesetzt, hat immer, glaube ich, die Außenbahn gespielt. Er hat im 4-3-3 den Rechtsaußen gespielt und war da halt nochmal ein Ticken zu langsam für mich, also als Außenspieler fand ich ihn zu langsam, der hatte, aber, ja, ist halt so, ich bin ja immer noch der Meinung, der muss mal 10 Kilo zunehmen. Das habe ich mir schon vor zwei Jahren gesagt. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich, ich will nämlich ehrlich sein, ich habe die Woche mal unseren ganzen Podcasts nachgehört und auch im letzten Jahr, im Saison-Podcast, hattest du ja gesagt, bei Instagram war er mit Robert Zickert zusammen in der Muckibude und da gehört er auch hin. Mit Jonas Zickert? Nee, Entschuldigung, mit Jonas Zickert. Mit Jonas Zickert war er in der Muckibude und da gehört er auch hin. Spielerisch, ja, also robust, also ich glaube, er muss noch robuster werden, ist ja auch erst 20, wie gesagt, und beim BVB zweite Mannschaft kann für ihn Karrieresprung werden. Es wird natürlich nie, also ich lege mich jetzt mal fest, nie für die erste Mannschaft vom BVB reichen, aber dass BVB zweite Mannschaft vielleicht nochmal einen Ticken professioneller und besser ist als die Profibedingungen bei NRG Cottbus, das sollte jedem klar sein und wenn man die Chance hat, beim BVB zu spielen, sollte man auch nicht Nein sagen und gut, dass er gang ist. Vielleicht kriegt er da ja auch dann bei Dortmund den Trainings beziehungsweise Ernährungsplan von Yusufa Moukuku oder Yusuf Moukuku, aber du weißt, wen ich meine, dem Wunderkind aus Dortmund und vielleicht bringt ihm das was. Aber er ist diese, wie gesagt, ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, auch bei Testspielen oder so, war richtig begeistert von dem, habe gesagt, ey, aus dem wird was, der muss noch ein bisschen hier und da arbeiten, aber ich sehe da richtig viel Potenzial, aber die letzten zwei Jahre, ist er nicht, ich habe mir eine höhere Steigungskurve irgendwie erhofft, aber die kam zwar, aber nicht in dem Ausmaß, in dem ich es erwartet habe, weil ich da einfach viel mehr gesehen habe, deswegen mal gucken, vielleicht passiert das ja jetzt in Dortmund, ich kann den Schritt doch absolut nachvollziehen, aber ja, wie gesagt, vielleicht kriegt er da ja auch dann die Stürmerrolle, die er vielleicht auch braucht, weil ich glaube nicht, dass Dortmund da einen guten rechten Außenspieler gesehen hat. Also das Problem ist ja auch für Moritz Proszynski, er wurde ja von einem Dortmunder U19 oder U23 Trainer geholt, der ja jetzt nicht mehr U23 Trainer ist, sondern den sie zur U19 geschickt haben in die Bundesliga und dann sollte ja Michael Skibbe sein neuer Trainer werden, aber Michael Skibbe haben sie dann vor zwei, drei Wochen auch in die Wüste geschickt und haben jetzt wieder einen anderen U23 Trainer geholt und ja, das ist natürlich immer ärgerlich, wenn du vom Trainer geholt wirst und der dann aber gar nicht mehr in der Saison sein Trainer ist, also es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig für Moritz, um nochmal auf unser Spiel zu kommen. Also gerackert hat er ohne Ende, aber es sah auch manchmal so pomadig oder manchmal sah es auch so lustlos aus, wenn er mal einen Ball vertändelt hatte. Wie gesagt, das sah manchmal ein bisschen komisch aus und jetzt die Woche hat ja jemand geschrieben, dass es ja auch beim Training mal ein Disput mit Rangelow gab, weil Rangelow mit der Einstellung von Broszynski nicht zufrieden war, wie er sich im Training gibt. Also ja, es ist natürlich immer schwer für den 20-jährigen Bengel immer die Top-Leistung zu bringen, aber wie gesagt, Moritz Broszynski, alles, alles Gute, wir werden mal schauen, nächstes Jahr Regionalliga West, gucke ich auf jeden Fall mal rein beim BVB, ob er A in der Startelf stand, genauso wie bei Leon Schneider zum Beispiel, gucke ich dann auch nächstes Jahr bei Moritz Broszynski rein. Machen wir beide, machen wir beide. Felix Brückmann, der Vorletzte in der Liste, ja, bleibt sehr gut, sehr gut, aber kann man nicht anders sagen. Ist ja das, was du schon angesprochen hast, einer von zwei Stürmern, die wir momentan haben und einer oder der einzige Stürmer, den wir momentan haben, der auch ja, Field-Liga-Profi-Format hat, weil der Nils Stettin muss das erstmal zeigen, dass er auch bei einer Profimannschaft Fuß fassen kann und auch regelmäßig knipsen kann. Also wie gesagt, wir kommen ja nochmal zu den Neuzugängen und wo der Schuh drückt, also der Schuh drückt wirklich im offensiven Mittelfeld beziehungsweise im offensiven Mittelfeld gar nicht, sondern rechts und links von dem Mittelfeld und hat in der Stürmerfrage, also wenn da nicht noch ein paar Kanten kommen, weil du kannst ja auch, Felix Brückmann, nicht die ganze Last alleine aufbauen, lass den mal einmal verletzt sein, wen holst du denn dann oder wen stellst du dann vorne rein, das ist schwierig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, aber trotzdem gut, wie gesagt, dass er bleibt und wünschen wir ihm das Beste und kommen wir zum letzten Spieler, wo heute endgültig gemeldet wurde, dass er nicht nächstes Jahr im Kader ist, Dimit Arangelov, da wurde auch viel mit dem Generationswechsel argumentiert, weiß nicht, vielleicht haben sie dann doch andere Vorstellungen gehabt, aber ich habe mir dann tatsächlich doch gedacht, für ein Jahr Regionalliga hätte es noch gereicht, vielleicht nicht als Stammspieler unbedingt, aber sei es Identifikationsfigur oder sonst was, hätte ich es mir vielleicht auch ein bisschen gewünscht mit der Fernbrille auf, aber kam nun nicht dazu, ja, müssen wir uns von ihm erst mal verabschieden? Ja, also ich hatte ja eigentlich immer eine ganz heiße Hypothese, wo es immer heißt, der Energiespieler des Jahres bekommt ein Angebot von Energie Cottbus, was er dann annimmt oder nicht, dass er jetzt dahingestellt, Dimit Arangelov, ich glaube auch, dass der Generationswechsel, den der Verein kommuniziert hat, dass das bloß vorgeschoben ist. Ich glaube wirklich, dass das eine Sache zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, konnten wir uns den schon vor zwei Jahren nicht leisten, wir konnten uns den letztes Jahr nicht leisten, weil man darf ja nie vergessen, und ich rede das ja gebetsmühlenartig, er stand ja bei Energie Cottbus nie auf der Gehaltsliste, er wurde extern bezahlt, weil wir als Verein sein Gehalt uns gar nicht leisten konnten, sondern Sponsoren haben zusammengelegt und haben für ihn das Gehalt bezahlt, was bestimmt üppig war und was bestimmt im Vergleich zu den anderen Spielern, die in der Saison gespielt haben, bestimmt ganz, ganz, also nicht vielleicht das Höchste, aber mit ganz oben war. Und dass diese Sponsoren jetzt in der Corona-Krise entweder erstens sagen, wir haben das Geld gar nicht mehr, um ihn zu bezahlen oder der Verein sagt, wisst ihr was, das Geld, was ihr ihm bezahlt, steckt das mal im Verein, dann haben wir zwar keinen sehr guten Regionalligaspieler mehr, aber wir holen damit zwei mittelmäßig gute und sind dann auf der sicheren Seite. Also ich glaube, das mit dem Generationenwechsel kann mir keiner erzählen, ich glaube, das ist bloß vorgeschoben, also ich kann es mir nicht vorstellen. Klingt nachvollziehbar auf jeden Fall, würde ich auch, will jetzt nicht wieder widersprechen, aber es ist eine logische Argumentation, ist jetzt nichts Verrücktes, was du hier gerade gesagt hast, habe ich mich vorher noch nicht so intensiv mit beschäftigt, weil wie gesagt, ich habe irgendwie doch immer noch gehofft, dass er bleibt, weil es für mich auch danach aussah, von dem, was man so mitbekommen hat, ist nur nicht so passiert. Im Nachhinein kann man sagen, hat uns damals in der ersten Liga den Klassenerhalt früher beschenkt, hat es leider nicht geschafft, mit Cottbus jetzt nochmal sich ein Denkmal zu setzen, hat Klassenerhalt damals verfehlt, jetzt nicht aufgestiegen. Schade, dass es so endet, es hätte vielleicht nochmal ein bisschen schöner enden können. Ja, ärgerlich. War übrigens, oder ist der einzige Fußballspieler von Energie Cottbus, der alle vier Liegen mal, die Höchsten liegen, in alle vier Höchsten liegen im Energietrikot mal bespielt hat. Und getroffen hat. Und getroffen hat. Und getroffen hat. Ja, ja, das kann man nicht sagen. Also wie gesagt, ich hätte ihn sehr gerne gesehen, ja, das ist ja, da ist ja bei Robert Müller genauso. Robert Müller verhelfen ja auch die Spatznummer und sagt, dass er bei uns auch der Topverdiener war. Und wir können uns das nicht leisten, schon gar nicht wegen Corona. Und wie gesagt, das mit dem Generationswechsel, das kann mir keiner erzählen. Mein Gott, wenn die gesagt haben, pass auf, Mietko, du kriegst einen Vertrag und der Vertrag sieht genauso durchschnittlich Gehalt aus, wie die anderen Spieler, wie Dominik Pellewan, oder wie Tobias, hast du jetzt ja nicht, aber wie gesagt, wie Pellewan, oder wie Niklas Erbeck. Aber für das Gehalt, was die beiden kriegen, da spielt kein Dimitra Rangelhoff. Wobei Dimitra Rangelhoff, das wissen wir auch, hat ja nun mal ein großes Ego und wie es ja heute in der LR hieß, beziehungsweise in den Printmedien, geht ja noch ein Jahr nach Bulgarien. Also ich denke mal, vielleicht reicht es noch für die erste oder zweite bulgarische Liga. Da wollte er seinen Trainerschein machen und dann soll er ja angeblich zurückkommen und im Jugendbereich, wo es weißt du, wer in drei Jahren oder in zwei Jahren bei Cottbus am Ruder ist und ob die sich an dieses Gespräch oder an diesen Handschlagvertrag noch daran erinnern, also das glaube ich nicht. Schwierig, vielleicht haben wir ja dann einen Scout, der junge Talente aus Bulgarien nach Cottbus wird, weil Frank ist jetzt auch ein bisschen zu sehr in die Zukunft, aber Energie Cottbus ist in Bulgarien noch eine große Nummer wegen Rangelhoff und allem noch damals. Überhaupt keine Frage. Vielleicht könnte das ja klappen, weiß man nicht, ich hatte ja auch früher schon, war ja immer ein Konzept von Energie Cottbus, osteuropäische Spieler zu verpflichten. Back to the roots, warum denn nicht Frank? Dann wird Dimitra Rangelhoff der neue Vasile Miriuta. Ja, nee, Praschnicke hat ja damals das eingerührt, ganz Osteuropa nach Cottbus zu holen. War ja auch zeitweise wenigstens ein bisschen erfolgreich. Damals müssen wir mal gucken, was da passiert. Frank, wir haben alle Spieler abgearbeitet und uns bleiben noch die Neuzugänge und ein Blick in die nächste Saison. Ich würde noch schnell den Trainer mit reinschmeißen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig mit Sebastian Abt. Gerne. Du zuerst oder ich? Zu Sebastian Abt sage ich abschließend, dass er vielleicht jetzt die Zeit, wenn es in der Saison nicht klappt, dann darf man ihn kritisieren, weil jetzt hat er selber die Chance, sich sein Team so zu bauen, wie er vielleicht auch spielen, wie er vielleicht trainieren will, sich den Kader richtig zusammennehmen. Ich sage mal, von der Philosophie waren er Wollitz und Abt doch ein bisschen unterschiedlich, dass es da vielleicht nicht geklappt hat, ist vielleicht sogar ein bisschen verständlich, was viele nicht gesehen haben vorher mit denen, denen ich mich unterhalten habe oder die ein bisschen näher am Trainer waren, die haben immer gesagt, das ist so ein guter Trainer und der hat so viel Ahnung vom Fußball. Ja, aber das muss er jetzt zeigen und er hat noch einen Vertrauensvorschuss und der geht bis zum zehnten Spieltag nächstes Jahr und dann reden wir mal, dass es vielleicht im ersten, im zweiten Spieltag noch nicht 100% läuft, aber wie gesagt, zehnter Spieltag und dann brauchen wir, wenn wir aufsteigen wollen, eine Mannschaft, der man das ansieht, dass sie aufsteigen kann, wenn wir denn aufsteigen wollen dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass wir eine Vision 2022 wollen. Ja, genau richtig. Also Sebastian Abt muss jetzt zeigen und muss das Vertrauen auch gerechtfertigen, weil wenn man jetzt die letzten zwei Jahre sieht, das Aushängeschild von Andy Cottbus war Klaus-Dieter-Wollitz und es kann mir keiner sagen, dass ein Berg an Taz schon letzte Saison gekommen wäre, wenn Sebastian Abt Trainer gewesen wäre, sondern Union hat gesagt, weil Cottbus ist ein Trainer, der nachweislich aus jugendlichen Talenten richtig gute Spieler machen kann, da ist die Liste lang. Positionswechsel vornehmen kann. Ja, Positionswechsel vornehmen kann und dieses Standing hat sie Klaus-Dieter-Wollitz über Jahre, bestimmt als Klaus-Dieter-Wollitz so alt war wie Sebastian Abt, da war er vielleicht auch im Nonnehmen und hatte Glück, dass er bei Osnabrück und bei Cottbus seine Trainerkarriere beginnen konnte. Also wie gesagt, Sebastian Abt muss, wie du schon sagst, diese Saison liefern und muss zeigen, muss gucken, muss in irgendeine Schublade rein, ist er ein Talenteförderer, ist er ein Schleifer, ist er ein Motivator, ist er ein Lautsprecher, das muss er jetzt zeigen, was ist er und danach muss sich der Verein dann auch richten. Also wie gesagt, bei Klaus-Dieter-Wollitz, wenn da jugendliche Spieler kamen, die sind alle gekommen, weil sie gesagt haben, guck dir mal einen Leon Schneider an, guck dir einen Jitz Petersen an, guck dir einen Leo Bittencourt an, guck dir einen Streli Mamba an. Das sind natürlich Dinge, die jugendliche Spieler hören wollen, die sagen, jawohl, ich gehe da hin, verdiene vielleicht sogar am Anfang ein bisschen weniger, aber ich kann mich ins Rampenlicht spielen, da ist ein Trainer, der scheinbar in dem Gespräch auf mich baut und da kann ich, wenn ich ein Jahr einen kleinen Rückschritt mache, im nächsten Jahr voll angreifen, wie gesagt, Mamba hat früher in der Oberliga gespielt, hat letzte Saison in der Bundesliga gespielt und das sind ja so einige, Schlüter ist dieses Jahr aufgestiegen, den hat Klaus-Dieter-Wollitz auch gut, wobei er nicht der Jüngste war, aber wie gesagt, das sind so Dinge, diese Bastian Abt erst noch hinkriegen muss und ich hoffe auch wird und wie du schon sagst, wenn in zehn Spieltagen die Spiellage noch nicht da ist oder wenn es dann auch noch hapert, ist er der erste, wo die Kritik prallen wird. Wenn wir uns den Wecker stellen und dann vielleicht nochmal drüber reden, aber wie gesagt, er genießt von mir aus den Vertrauensvorschuss, soll er sich den Kader so zusammenstellen, wie er möchte und dann muss jetzt aber auch. Richtig. Wenn es nicht so dringend wäre, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, obwohl das Kaffeesatzleserei ist, mit Klaus-Dieter-Wollitz hätten wir in der Relegation gegen Fahre gestanden. Ob wir die gewonnen hätten oder ob wir auch ein 1-1 oder ein 2-2 und dann rausgeflogen wären, das ist ein ganz anderes Blatt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir waren in der Winterpause, nicht in der Hinrundenende, sondern in der Winterpause, wo wir gegen Alginico und Hertha, wir waren Erster. Wir waren Erster und wir haben dann, ich weiß nicht, wie viele Spiele noch mit Sebastian Abt gemacht und waren dann auf einmal Dritter mit zwei Punkten Rückstand. Und zwei Punkte klingt zwar nicht viel, aber wir hatten immer noch Mannschaften vor der Brust mit dem Berlin-HK, mit Viktoria Berlin, die auch alles andere als Leichtgewichte sind. Und wer weiß, ob wir gegen diese Spieler auch dann die zwei Punkte noch aufgeholt hätten. Also das weiß man alles nicht, aber ich bin der felsenwitzüberzeugung mit Klaus-Dieter-Wollitz. Das sagte ja auch zum Beispiel Felix Brückmann, wo er ja sagte, ich glaube, das war das Meuselwitz-Spiel, wo ja Brückmann das Tor gemacht hat, was dann aberkannt wurde, wo er gesagt hat, wenn ein Klaus-Dieter-Wollitz an der Seitlinie gestanden hätte, wäre er für den Rest der Saison gesperrt gewesen, weil dann er bestimmt auf den Spielfeld gerannt wird und den Schiritz-Richter zur Sau gemacht hat und Sebastian Abt hat bestimmt genauso geschimpft, aber er war in seiner Coaching-Tour. Also er ist halt ein ganz anderer Trainer und das darf man nicht vergessen. Er ist halt ein ruhiger, zum Beispiel, du weißt es selber, Klaus-Dieter-Wollitz hat am Ende des Spiels alle in den Kreis geholt und hat da schon was gesagt. So, bei Sebastian Abt geht die Mannschaft erstmal in die Kabine, da wird in der Kabine ein paar Takte gesagt und dann kommt die Mannschaft beim Sieg wieder raus und dann feiert es erst mit den Fans. Also das sind so Kleinigkeiten und Unterschiede und das müssen wir erstmal lernen, dass es auch andere Dinge gibt und was andere Trainer anders machen. Und Sebastian Abt, wie du schon sagst, der muss sich jetzt beweisen. Genau. Dann haben wir die Spieler zumindest abgehackt, Frank. Wir wollen noch in die nächste Saison blicken und auf die Neuzugänge. Würde ich sagen, machen wir gleich noch eine Viertelstunde. Wir machen mal kurz Pause, weil ich muss aufs Klo und dann haben wir gleich noch eine Viertelstunde, um in die Glaskugel zu gucken. Zwei, eins, zwei. So, kann weitergehen, Frank. Letzte Viertelstunde. Wir gehen in die Verlängerung. Die nächste Saison beziehungsweise Neuzugänge. Jetzt muss ich dich mal bitten, den Vorleser zu machen. Ich habe mich ja hier um den alten Kader gekümmert. Ich hoffe, du hast da noch mal ein bisschen was Kompakteres für die Neuzugänge. Ich sage dir erstmal den Kader, den wir jetzt haben und dann kommen wir zu den Neuzugängen. Also wir haben im Torwart, also auf der Torwartsposition Toni Stahl, 20 Jahre, Tim Stavecki, 19 Jahre. Dann haben wir einen rechten Verteidiger momentan. Das ist Florian Brückmann. In der Innenverteidigung ist Jan Koch, Adrian Jarosch, der jetzt von der Jugend kam, der jetzt hochgezogen wurde, der einen Profivertrag hatte. Und dann kam Patrick Storp vom Hamburger SV, hat bei Hamburger SV U23 in der Regionalliga Nord ein paar Spiele gemacht. Die U23 hat dann ausdortiert, weil halt neue Talente nach oben ziehen und er ist halt zu uns gekommen. Lässt sich schwierig sagen, ob er ein Guter ist, ein Schlechter ist, wird die Zeit zeigen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch einen guten Innenverteidiger holen. Linke Verteidigerposition, da haben wir fast ein kleines Überangebot. Da ist nämlich Axel Borgmann natürlich da, Marcel Hoppes da und dann aus der Jugend hochgezogen, Iwin Löffler, 18 Jahre, wird er wahrscheinlich genauso eine Rolle spielen wie Colin Raag. Also mehr oder weniger einen Lückenfüller wahrscheinlich. Defensives Mittelfeld haben wir Tobias Eisenhut und Dominik Pellivan, ich denke mal, Pellivan, ich denke mal, da sind wir richtig gut aufgestellt. Dann kommt das zentrale Mittelfeld mit Niklas Erbeck. Da gibt es keine zwei Meinungen, kann man bloß hoffen, dass er sich nicht verletzt. Offensives Mittelfeld, Offensives Mittelfeld, Rico Gladro und die Geisler-Brasers, wobei aber die auch wirklich alle drei im offensiven Mittelfeld in der Mitte sind. Also wir haben eigentlich kein linkes Mittelfeld und kein rechtes Mittelfeld. Ja, da kann man ja vielleicht noch eben vorziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Hoppe das auch hinkriegt. Auf jeden Fall. Tobias Hasse auch außen. Wenn Tobias Hasse einen Vertrag kriegt, Hoppe kann natürlich auch linkes Mittelfeld spielen, um Gottes Willen. Und im Sturm haben wir Felix Brückmann, Nils Stettin. Wie gesagt, momentan sind es 17 Spieler, 22 Spieler möchte Sebastian König und Sebastian Abt noch holen. Und wo der Schuh drückt, ist eigentlich in meinen Augen im Außenbahnen-Mittelfeld und im Sturm. Ja. Und im Verteidiger noch. Absolut. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt wenigstens mal wirklich einen großen Stürmer haben. Also das, was Energie die letzten Jahre immer ein bisschen gefehlt hat, war Größe. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt da mal wenigstens eine neue Waffe bekommen. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert in den letzten Jahren. Noch im Drittliga-Jahr, wo der größte gefühlt Matu Wieler mit 87 oder so war. Jetzt mal auch in der über 1,91 groß ist im Sturm und auch hinten eine richtige Schranke hoffentlich mit Patrick Storb. Hoffe ich, dass die Neuzugänge sich jetzt gut herauskristallisieren. Aber Frank, ich habe gerade nämlich nochmal extra geguckt auf mein Handy, kam jetzt noch nichts, noch keine neue Meldung von wegen Neuzugang, aber ein Flügelspieler, Schrägstrich, nochmal ein Stürmer, brauchen wir definitiv. Ja, du hast ja gesagt, Nier-Jetien ist eine Kante, aber auch große Spieler, die in der Box spielen, musst du ja füttern. Du musst sie ja füttern mit Flanken. Und wenn du keine Außenbahnspieler hast, die dir die Flanken um die Ohren hauen, dass du so gegen den Kopf kriegst, dass der auch mal ein Ball ins Tor geht, ja, dann brauchst du auch keine großen Spieler. Also wie gesagt, das ganze Gesamtpaket muss man natürlich dazu sagen, Transferfenster ist ja noch nicht mehr offen. Und es kann noch viel passieren und es gibt ja einige, die sagen, sämtliche Mannschaften werden wohl 10% ihrer Spieler den Kader verkleinern müssen, weil ja Corona überall nagt. Das heißt, nicht nur die Regionalliga-Vereine haben ja knappes Budget, auch Dritte, Zweite und Erste Liga werden wahrscheinlich ihren Kader runterfahren und da wird es bestimmt viele auf dem Markt geben, die dann vielleicht auch pokern bis zum letzten Transfer-Tag. Das kann natürlich auch sein. Weiß man alles nicht und ich vertraue da wirklich mal Sebastian Abt und Sebastian König, dass die da schon, ja, noch ein paar Leute in der Pipeline haben. Ob es dann finanziell alles machbar ist, weiß ich nicht, aber dass sie ein paar in der Pipeline haben und denen dann auch eine Deadline setzen, dass sie sagen, pass auf, hast du dich bis den und den Tag nicht entschieden, müssen wir den nächsten fragen. Also Matowila. Ja, du, habe ich, will ich ehrlich sein, habe ich mir eine kleine Liste gemacht und von meiner kleinen Liste der einzige, der wirklich, glaube ich, machbar wäre, wäre Matowila, 28 Jahre alt, also ist noch unter 30, weil Sebastian König hat ja gesagt, wir wollen Generationswechsel, wir wollen keine Spiele über 30, also Matowila, 28 Jahre, wir wissen, dass der Regionalliga tauglich ist, hat bei Kaiserslautern in den ersten elf Spielen zehnmal auf dem Platz gestanden und dann kam der Trainer wechseln in Kaiserslautern und dann hat er nie mehr gespielt und dann ist er nach Essen ausgeliehen worden, hat dort nur zwei von fünf Spielen gemacht und ich glaube nicht, dass Kaiserslautern ihn noch ein Jahr durchschleifen wird, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er ihn mal fragen könnte, weil seine Geizzeit war ja ein Cottbus, das darf man ja nicht vergessen. Ey, ich fände den Transfer super. Wen hast du denn noch auf deiner Liste, bei dem du denkst, das wird nichts, weil ich sehe deine Liste nicht, wir sitzen gegenüber. Ja, ich hatte noch, wenn ich ehrlich sein, Lasse Schlüter, aber Lasse Schlüter ist gestern, ja, ist gestern aufgestiegen mit Braunschweig und hat die letzten sechs Spiele, man mag es vom Glaube, in der Startelf gestanden und hat 90 Minuten durchgespielt, das heißt, und hat noch ein Jahr Vertrag in Braunschweig, also ich habe ja am Anfang gedacht, Lasse Schlüter und Braunschweig, das klappt nie, aber ich, nee, so schnell wendet sich, so schnell wendet sich das Blattfrank. So, dann hatte ich noch Fabio Viteriti, da kommt vielleicht drauf an, ob Zwickau absteigt. Ein Spieltag noch, Zwickau ist, ich weiß gar nicht, wer ist denn in der Oberhand, ich glaube Chemnitz hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Also Chemnitz hat gestern verloren gegen Zwickau, damit haben sie die beiden Plätze getauscht, Zwickau ist ein Platz vorm Strich, Chemnitz einen drunter, also es wurde ziemlich schwierig, wobei man dazu sagen muss, Fabio Viteriti hat auch in der Drittligasaison diese Saison und Chemnitz dann gegen Rostock Ja, und Rostock wird auch noch aufsteigen. Also es wird schwierig. Also Fabio Viteriti könnte ich mir auch sehr vorstellen, zumal du ja so einen Spieler ja auch brauchst, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Er ist noch 27 Jahre, das heißt für die Dritte Liga ist er vielleicht schon ein bisschen zu alt, hat in der Dritten Liga diese Saison sieben Tore, sechs Vorlagen und war an 20 Prozent aller Zwickauer Tore beteiligt. Also ich könnte mir vorstellen, wobei man nicht weiß, er hat auch noch Vertrag bis 20, 21, aber ich hoffe mal nur für die Dritte Liga. Wenn Zwickau absteigen sollte, wer weiß, ob sie dann sagen, du für die Regulare Liga können wir dich auch noch behalten. Also ich weiß es nicht, ist schwierig. Ja, naja, das ist unwahrscheinlich. Wünschen kann man sich es ja trotzdem und ja, Frank, aber machen wir. Wen ich noch auf der Liste habe, einen muss ich noch. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, der Freitas Costa. Ja, haben wir drüber geredet, aber hat ja private Gründe gehabt, dass er aus Chemnitz gegangen ist und ich denke mal, diese privaten Gründe werden auch sich nicht verändert haben. Ich glaube, der wird in Portugal bleiben, weil sie mit der Sprache affiner sind. Richtig. Spielt ja momentan bei CD National, die in die erste portugiesische Liga aufgestiegen sind. Also er war in der zweiten portugiesischen Liga, ist jetzt aufgestiegen. Muss aber dazu sagen, er hat bei CD National insgesamt in 20 Spielen wurde er sechsmal eingesetzt und hat insgesamt 133 Minuten gespielt. Also das ist nicht viel, das sieht da aussortiert aus. Aber du hast ja recht, er kam ja in Chemnitz nicht klar, wegen seiner Familie, wegen seiner Sprache. In Portugal wird die Muttersprache gesprochen. Ich denke mal, der wird in Portugal bleiben. Vielleicht geht er auch wieder in die zweite Liga in Portugal zurück, aber für Cottbus wird es schwierig. Aber Fragen kosten ja nichts. Aber ich als kleiner Energie-FM-Moderator würde ihn trotzdem mit offenen Armen begrüßen. Auf jeden Fall. Zumal, ich glaube, du hast es angesprochen, wenn er auch bei Instagram aktiv ist, ist oft das noch von Cottbus irgendwas mein Verein und hast du nicht gesehen. Es ist auf jeden Fall, gibt, präsentiert sich noch als, oder man merkt, dass Energie Cottbus doch noch einen Platz in seinem Herzen hat. Und auch ein Spieler, oder alle Spieler, von Fabio Viteriti, Lasse Schüter, Matovilla, der Freitas Costa, auch alles vier Spieler, die Klaus-Dieter-Wollitz besser gemacht hat. Darf man wirklich nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Matovilla war auch vorher gar kein Innenverteidiger, bei Außenverteidiger vorher. Nee, war Außenverteidiger, bei der Linker-Linker-Verteidiger, wo er gesagt hat, wie kann so ein großer Kerl Linker-Linker-Verteidiger werden? Und dann hat Klaus-Dieter-Wollitz umfunktioniert und es hat gepasst. Hatte natürlich auch Marc Stein, na nee, hatten wir ja schon gehabt, hat halt einen Lehrmeister. Gerne nochmal den alten Podcast anhören, da haben wir viel über Matovilla erzählt. Ja, trotzdem würde er dem Verein wieder gut tun. Also Matovilla und Freitags, aber ja, ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Auf jeden Fall. Wer weiß, was wir in zwei Wochen schon alles wissen, da könnten wir wahrscheinlich fast einen neuen Podcast machen. Richtig. Vielleicht kommt ja einer, wer weiß, wenn ihr die Klickzahlen nach oben schraubt, dann machen wir natürlich das auch. Auf jeden Fall. Wollen wir noch schnell über die zukünftige Saison sprechen? Genau, das dachte ich jetzt, wir haben ja schon hier fast anderthalb Stunden geredet, dunkel wird es auch schon, obwohl noch nicht, aber du musst ja auch noch nach Hause, Frank, wie müssen wir ein Saisonende prophezeien? Ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, dass der Meisterschaftsplatz ein Aufstiegsplatz ist, aber kann auch Fluch sein. Kann auch Fluch sein, aber ich freue mich trotzdem mal auf eine Saison und das klingt jetzt blöd, aber es ist die dritte Regionalligasaison innerhalb von kürzester Zeit. Wir hatten ja ja die vierte tatsächlich, die vierte und, Entschuldigung, ja die vierte innerhalb von kürzester Zeit und das ist die erste mit direkten Aufstiegsplatz und ich glaube, das wird die Saison ganz anders, die werden wir ganz anders fühlen, weil ich weiß noch in dem Aufstiegsjahr, wie man sich gar nicht mehr über Siege am Ende freuen konnte und auch diese Meisterschaft war vorausgesetzt und klar hat man da ein bisschen gefeiert, aber alles mit angezogener Handbremse, weil es auf diese zwei Spiele im Endeffekt ankam, aber jetzt kommt es, kann man sagen, von Spieltag eins, jedes Spiel muss eigentlich geliefert werden und ob es reicht mit den anderen Liga-Konkurrenten weiß ich nicht und ich wünsche es mir aber natürlich, aber ich bin ganz ehrlich, ich wage keine Prognose, wer der Favorit ist für nächstes Jahr, weil man ja noch nicht mal weiß, wer vielleicht noch absteigt, das kommt ja dazu, Magdeburg ist ja nur durch, das wissen wir. Halle auch, Gott sei Dank. Halle auch, das ist, ja genau, das ist gut, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wer mein Favorit ist nächstes Jahr, ich hoffe einfach nur, dass wir, also Anders Energie Cottbus, das macht. Ja, natürlich, ich hatte mal, ich bin ja auch ein eifriger Pinnwandleser und ab und zu gebe ich auch meinen Senf dazu und ich hatte auf der Pinnwand vor zwei Tagen geschrieben, das wird die stärkste Regionalliga aller Zeiten, weil Jena kommt runter, damals, wo ich das geschrieben habe, stand noch im Raum, Halle, Zwickau, also Jena kommt ja auf jeden Fall, ich sage mal so und die wollen ja auch angreifen, haben jetzt mit Dirk Kunert sogar vom BAK einen Trainer weggekauft, das darf man gar nicht vergessen, der BAK hatte mit Dirk Kunert vor zwei Wochen oder zwei Wochen vorher den Vertrag verlängert, hatte eine Ausstiegsklausel im mittleren fünfstelligen Bereich drin und Jena hat das auf den Tisch gehauen und hat gesagt, du bist jetzt bei uns Trainer, also Jena wird wahrscheinlich aufsteigen wollen, nun kommt Gott sei Dank, ist Magdeburg und Halle schon weg, also wird wahrscheinlich Chemnitz oder Zwickau runterkommen, da scheinen sich auch die Geister, Chemnitz war schon mal Insolvenz, ist vor zwei Jahren in All-In gegangen, hat gesagt, wir machen eine Insolvenz, wir botern trotzdem das Geld raus, wir müssen aufsteigen, sind auch aufgestiegen, brauchten sie auch keine Relegation, sondern sind ja gleich aufgestiegen und bei Zwickau ähnlich, wenn Zwickau absteigt, die werden auch sagen, also wie gesagt, es kommen zwei Absteiger, die unbedingt drauf wollen, wir wollen rauf, Nordhausen nicht mehr, weil Nordhausen ist freiwillig in die Oberleger gegangen, aber der BFC hat aufgerüstet, da ist jetzt Alexander Siebeck und auch Benni Förster sind zum BFC gegangen, also auch der BFC hat was vor, Viktoria Berlin sowieso, Berliner AK auch, so und Altglienicke hat auch fast den ganzen Stammkader zusammengehalten und sagt, wir waren Erster, wir wollen nochmal Erster werden, also das wird wirklich die stärkste Regionalliga aller Zeiten und wie du schon sagst, es kommt nicht auf zwei Spiele an, es kommt auf 34 oder wenn wir sogar in 20er Mannschaften haben, es kommt darauf an, wie viele Mannschaften dann in der Regionalliga sind, vielleicht auch auf 38 Spiele, also es hat auf jeden Fall Potenzial für eine extrem spannende Saison, weil so viele Vereine All-In gehen werden wie noch nie. Ja und du weißt ja auch, wie ich ja gerade gesprochen habe, du weißt auch gar nicht mit wie vielen Mannschaften wir überhaupt spielen. Wie gesagt, Nordhausen... Die könnten mit einer ungeraden Zahl tatsächlich an Mannschaften spielen. Weil wie gesagt, Nordhausen hat abgemeldet, die gehen in die Oberliga, Erfurt ist sowieso schon weg, von unten kommt nicht mehr Ludwigsfelde, sondern Luckenweide kommt und ich glaube auch Tennis Borussia ist aufgestiegen, so von oben kommen Gott sei Dank nur zwei Mannschaften, das darf man auch nicht vergessen, weil es stand ja mancher mit Talle Magdeburg hätten sogar im schlimmsten Fall sogar drei Ostmannschaften runterkommen können. Also du kannst eine richtige Hammer-Saison, also es werden viele englische Ligen, englische Wochen wahrscheinlich werden, weil noch ist das Wetter schön, aber Nico, du weißt es ja selber, sobald der erste Schnee fällt, wie viele Mannschaften haben denn eine Rasenheizung? Naja und gerade in Berlin, da wird ja... Ja, richtig, da muss die Schneeflocke fallen, da sagt das Amt schon, das ist lustig. Ja, ja, richtig. Und wobei es ja noch einige Vereine wohl gibt, die noch keine Lizenz bekommen haben, glaube Fürstenwalde ist da, aber ich glaube, das geht darum ums Flutlicht. Ich glaube, Fürstenwalde muss doch nachbessern. Sollen wir mal Presseplätze klar machen? Die müssen noch Presseplätze klar machen. Ja, ja, genau. Da bin ich schon gespannt, wie das klappt. Also wie gesagt, man darf auf jeden Fall gespannt sein. Nochmal schnell was in eigener Sache. Obwohl die Regionalliga-Saison die Saison wegen Corona sehr kurz war, haben wir doch wieder einen für Energie-FM-Verhältnisse, einen sensationellen Schnitt von 622 Zuhörern pro Spiel. Da waren natürlich auch Trainingsspielchen dabei, wo Buswun dazu gehört haben, aber Nico, du hast es schon angesprochen, Es waren ja auch Spiele dabei, wo über 1700 Energie-FM gehört haben. Und das ist natürlich schön, dass wir langsam, aber stetig wachsen. Ja, da kann ich mich auch nur bedanken. Es macht mir ja auch immer mehr Spaß. Es ist ja auch ein ziemlich zeitintensives Hobby. Das wissen wir ja beide. Aber an der Stelle auch einfach mal Danke. Und wir kriegen ja auch überwiegend positives Feedback. Und das freut einen natürlich umso mehr. Es ist ja auch immer der eine der Gründe, warum wir es natürlich auch machen. Wenn wir sehen, dass den Leuten das gefällt, was wir machen, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Und ja, ich hoffe, dass wir einige Highlights dazu bekommen werden nächste Saison, weil du hast es ja gerade gesagt, das könnte, das hat Potenzial für eine richtig spannende Saison. Schwierig. Und auch eine spielige Saison. Frank, Schlussworte? Ja, ich muss noch eins schnell dazwischenquaken. Wir haben ja gesagt, dass es ja zur Not sogar eine ungerade Zahl werden kann in der Regionalliga Nord-Ost. Und das verdammt viele. Wir haben ja noch vergessen, der Landespokal ist ja auch noch. Den muss ja, also die Landespokalspiele musst du ja auch noch irgendwie rein reindrücken in diese Überregionalliga-Saison. Also das wird ziemlich schwer. Und dann mit dem 22er-Kader, also wir können bloß dreimal auf Holz klopfen, dass sich wirklich keiner groß verletzt. Ansonsten stellt sich die Mannschaft irgendwann nächstes Jahr alleine auf. Oder du musst dann ran. Ja, ich mache mich gerade fit, Sommerpause. Und wann ist Trainingsbeginn? Am 11.07. Ja, bis dann kaufe ich mir den neuen Trainingskram und dann, nee, Spaß. Aber einen Elfmeter schieße ich noch rein, falls, na gut, wer schießt die Elfmeter jetzt reingelaufen nicht. Ich mache das. Kein Problem. Nee, Frank, hat mir Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Haben wir die 90 Minuten voll. Ja, klar. So kennt man uns. Also, war schon mal das erste Testspiel für uns, kann man sagen. Genau. Ein Testspiel soll ja schon fix sein und zwar gegen den 1. FC Frankfurt. Das soll wohl, glaube ich, am 25.07. stattfinden, habe ich gestern gelesen oder heute. Also, da werden wir bestimmt, wie auch letztes Jahr in Frankfurt mehr Probespieler im Kader haben oder in der Startelf als vielleicht Stammspieler. Aber ja, es bleibt spannend, weil du weißt selber, Nico, letztes Jahr, wie viele Probespieler hatten wir und wie viele sind dann auch nur, nur, dass wir vielleicht diesmal wissen, auf welche Position wir gucken müssen, weil wir ja schon die Lücken im Kader ausgemacht haben. Wir wünschen, wir als uns, beide wünschen uns noch einen Innenverteidiger, mindestens einen Außenstürmer und einen richtigen Stürmer. Und noch rechtes, linkes Mittelfeld. Ja, Außen. Oder Außen-Mittelfeld, genau. Außenstürmer, Außen-Mittelfeld, die können ja meistens dasselbe spielen. Ja, genau, Frank, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Bleibt alle, bleibt alle gesund. Und kauft Dauerkarten. Kauft Dauerkarten. Ja, auf Wiederhören würde ich sagen. Auf Wiederhören, macht's gut und ja, wenn es was Neues zu vermelden gibt, melden wir uns. Ciao, ciao.